Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 135 vom 27. März 2019 und hier kehren für euch die politischen Ereignisse in Deutschland und der Welt zusammen, wie in jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich und am anderen Ende der Leitung begrüßt euch. Philipp Anse, ganz herzlich willkommen. Wie gewohnt ein paar kurze Hausmitteilungen. Es gibt jetzt Tickets für unsere Lage live in Bremen am Freitag, den 13. April. Die findet ihr in den Shownotes oder direkt, wenn ihr in euren Browser, lage.live eintippt. Wie gesagt, begrenzte Ticketzeit ist ein ganz kleiner Raum. Das stammt noch sozusagen aus einer alten Zeit, als wir noch mit weniger Zuspruch gerechnet haben. Aber ja, genau, machen Sie es jetzt trotzdem. Und es wird schön, glaube ich. Das auf jeden Fall. Genau. Es ist eine Einladung von Bremer Journalisten. Wir sind am Samstag noch beim Bremer Presseclub. Diese Show ist schon ausverkauft. Aber für den Freitagabend gibt es eben noch ein paar Tickets. Und wir freuen uns über alle, die dazukommen und mit uns zusammen eine Lage aufnehmen. So sieht es aus. Dann würde ich sagen. Starten wir durch. Ja, das Thema der Woche ist tatsächlich die Frage, ob es jetzt vielleicht doch einmal einen Durchbruch beim Brexit geben könnte in London. Denn dort hat das britische Parlament jetzt quasi die Zügel in die Hand genommen und Theresa May mehr oder weniger an den Rand geschoben. Aber wir schieben dieses Thema jetzt nochmal an das Ende unserer Sendung. Denn während wir hier aufnehmen, am Mittwochabend läuft die Debatte noch in London und wir wollen natürlich möglichst aktuell sein. Deswegen starten wir in diese Sendung mit dem Beschluss des Europäischen Parlaments zur Reform des Urheberrechts. Und dazu kommen wir nach einer kleinen Unterbrechung. Die zweite Staffel von Die Zukunft ist elektrisch ist raus. Das ist ja der Podcast über Elektromobilität von Audi. Und in der zweiten Staffel geht es vor allem darum, das elektrische Fahren zu erleben. Audi-Mitarbeiter und auch externe Mobilitätsexperten erklären euch die Chancen und Herausforderungen auf dem Weg in eine elektrische Zukunft. In der zweiten Folge dieser zweiten Staffel geht es um das Motorbremssystem des Audi e-tron. Wir machen eine Testfahrt am Pikes Peak, wo es sehr lange sehr steil bergab geht. Und da wird euch erklärt, wie Rekuperation funktioniert und warum das die Reichweite erhöht. Das Münchner Startup Twice will die Lebensdauer von Elektroauto-Akkus mit künstlicher Intelligenz verlängern und die Gründer erzählen, wie das gehen soll. Die Zukunft ist elektrisch, findet ihr bei Spotify und überall dort, wo ihr euch eure Podcasts besorgt. Ja, da sind wir wieder. Und die Nachricht der Woche, mit der wir starten wollen, stammt aus Brüssel. Dort hat am Dienstag das Europäische Parlament die Richtlinie zur Reform des Urheberrechts durchgewinkt. Man kann schon sagen, am Dienstag war quasi Showdown im Europaparlament. Genau, die Richtlinie zur Reform des Urheberrechts ist angenommen worden. Alle Demos waren ja letztlich umsonst, weiß ich nicht, sagen einige. Ich glaube ja, dass da schon auch eine Mobilisierung stattgefunden hat und ja vielleicht auch ein paar Leute politisiert wurden, die da länger dabei bleiben. Aber konkret für diesen Anlass, ja, hat es jetzt im Parlament zumindest erstmal nicht gereicht. Sie blieben halt ohne Wirkung. Einige Abgeordnete von der SPD haben ihre Meinung noch geändert, aber es hat eben nicht gereicht. Kritik kam vor allem aus Deutschland und aus Österreich. Frankreich, da haben diese Proteste nicht so richtig stattgefunden beziehungsweise gefruchtet. Da finden die Upload-Filter fast über alle Parteigrenzen hinweg großen Zulauf und wir alle finden das super. 74 Abgeordnete gibt es aus Frankreich, 61 haben für die Reform gestimmt, acht waren nur dagegen. Ja, das muss man schon sagen, das ist vielleicht auch eine Frage der Perspektive. Wenn man jetzt aus Deutschland betrachtet, hatte man das Gefühl, es gibt eine breite Volksbewegung, fast schon breiten Volkszorn gegen Upload-Filter und ähnliche spannende Ideen in dieser Richtlinie. Aber das ist eben tatsächlich eine Bewegung, die weitgehend auf den deutschen Sprachraum beschränkt blieb. Klar, in Luxemburg, Belgien, Niederlanden gab es auch ein paar Demos, aber es war eben einfach keine europäische Volksbewegung gegen diese Richtlinie. Und ich finde, man sieht an diesem Beispiel mal wieder, was so richtig fehlt, Philipp, ist sowas wie ein europäischer Diskursraum. Europa ist einfach eine Demokratie ohne eine gemeinsame Debatte. Die Debatte findet nach wie vor in den Nationalstaaten statt und klar, es gibt viele NGOs, die versuchen da Brücken zu schlagen, aber es kommt einfach kein richtiges Gespräch zustande. Und ja, das ist halt einfach schwierig. Demokratie lebt halt vom Austausch der Argumente. Ja, das stimmt, aber das ist so ein bisschen so eine, finde ich, so eine glashalbvoll, halb leer Debatte. Wenn ich mich so zurückerinnere, weißt du, als wir angefangen haben mit der Lage vor drei Jahren oder auch noch davor. Ja, da war, da war das Klagen immer, dass die Leute generell kein Interesse daran haben, was da in Straßburg und Brüssel passiert. Das stimmt. Dass das überhaupt nirgendwo stattgefunden hat, nicht mal in nationalen Debatten und nationalen Medien. Das war jetzt ja Anlass. Darüber sind wir hinweg, würde ich sagen. Also ich habe das Gefühl, so diese Debatte und die Berichterstattung und der öffentliche Fokus liegt mittlerweile gerade so, nicht immer, aber bei so punktuellen Entscheidungen wie jetzt Urheberrecht, aber auch anderen Richtlinien, Datenschutzgrundverordnung etc. liegt schon sehr auf dieser europäischen, auf den europäischen Institutionen und es wird nicht mehr mit so einem komischen Unterton berichtet. So, ja, was, irgendwie entschließen die da was, aber was wissen wir nicht genau und so. Ja, irgendwie wissen wir, dass uns das alle betrifft, aber keiner versteht das so richtig und wer sitzt da überhaupt. Ich finde, das hat sich geändert, sondern das ist eine erwachsene Debatte geworden. Ja, im Sinne von, da gibt es diese Institutionen, man guckt genau hin, man kennt mittlerweile auch Parlamentarier etc. Also da ist, finde ich, die Debatte erwachsener geworden. Jetzt muss natürlich, da gebe ich dir recht, der nächste Schritt kommen, dass es wirklich auch nicht nur mehr national debattiert wird und man versucht sozusagen, wie so ein Funken überspringen zu lassen über die Grenze, um dann auch in den Nachbarländern diese Debatte aufzuentfachen. Sondern, dass es dann wirklich so eine europäische Debatte gibt, da ist sicherlich noch ein bisschen was zu machen. Aber so vom Diskurs, würde ich erstmal sagen, sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Du meinst, es geht auf jeden Fall aufwärts? Ich glaube, es geht aufwärts. Also gut, ich fand noch ganz spannend dazu, so ein paar Twitter-Botschaften von Patrick Beuth, heute bei Spiegel Online, früher lange bei Zeit Online. Also wirklich, wie soll ich sagen, so ein alter Hase des Online-Journalismus. Und der meinte nur, es ist immer dasselbe, wenn man über irgendwelche Digitalthemen berichtet. Die Leute lesen diese Texte einfach nicht. Der einzige Text, so schrieb er sinngemäß auf Twitter, der so richtig geklickt wurde, zum Thema Urheberrechtsreform war der, wo die Reform schon angenommen war. Das heißt also quasi, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn irgendwas schon längst beschlossen ist, dann lesen die Leute mit einmal die Texte. Und er schrieb, ich meine, die 30 Texte vorher, die sie hatten zu dem Thema, klickten alle nicht so gut wie dieser eine Text, wo quasi das Ergebnis der Abstimmung wurde. Ja, weil natürlich, das ist halt so, dieser eine Text, der birgt Emotionen, Empörung. Ja, das stimmt, das ist immer ein guter Punkt. So was, das kann ja nicht sein. Alle anderen haben den Subtext, mach mal was, mach mal was. Geh mal auf die Straße, geh mal zur Demo. So, informier dich mal, informier dich mal, lies mal hier, ja, red mal mit deinen Leuten drüber. Und das ist nicht so sexy wie, kann ja nicht sein, was denn das für ein Scheiß? So, ja, das wundert mich von daher nicht. Aber kommen wir mal zu dieser Abstimmung. Also da hat es ja so ein bisschen eine Verwirrung gegeben irgendwie, ne? Also über was da jetzt genau abgestimmt wurde, erzähl mal. Ja, also das ist im Europäischen Parlament einfach extrem kompliziert, weil nicht einfach nur ein Gesetzgebungsvorschlag aufgerufen wird und über den abgestimmt wird, sondern zunächst mal gab es da und gibt es auch häufig Anträge zur Geschäftsordnung. Es gab also in diesem Fall unter anderem einen Antrag, der ermöglichen sollte, überhaupt erstmal über Änderungsvorschläge abzustimmen. Also einige wollten versuchen, den besonders umstrittenen ursprünglichen Artikel 13, in der Endfassung heißt er jetzt Artikel 17, wieder zu streichen. Das ist also diese Norm, die im Ergebnis zu Uploadfiltern führen wird. Also da wurde nur gesagt, war du nur gefragt, wollen wir nochmal über Änderungsvorschläge abstimmen zu Artikel 11 und 13? Das war sozusagen die Frage. Das war die Frage, deswegen Geschäftsordnungsantrag. Also Antrag mit Geschäftsordnung und dann, wenn der Erfolg gehabt hätte, hätte man überhaupt nochmal darüber nachgedacht, ob man da was streicht aus diesem Richtlinienentwurf. Und dieser Antrag zur Geschäftsordnung wurde mit einer sehr knappen Mehrheit von nur fünf Stimmen abgelehnt. Also im Ergebnis hinterher, die eigentliche Richtlinienentscheidung hatte eine Mehrheit von, ich meine etwa 70 Stimmen. Aber dieser Geschäftsordnungsantrag wurde mit einer knappen Mehrheit von nur fünf Stimmen abgelehnt. In der Folge wurde dann eben nicht nochmal darüber geredet, ob man möglicherweise noch was ändern soll am Richtlinientext. Und dann allerdings kam abends das Protokoll zu den Abstimmungen des Tages. Und da hatten dann mit Blick auf diesen Geschäftsordnungsantrag mehrere Abgeordnete verschiedener Fraktionen ihr Abstimmungsverhalten nachträglich korrigiert. Inzwischen sind es sogar zwölf. Also eine Parlamentsmitarbeiterin inzwischen bestätigt per E-Mail. Zwölf Leute haben im Nachhinein ihr Abstimmungsverhalten geändert. Also das muss man sich vor Augen halten. Ja, die stimmen ab. Nein. Heben die Hand. Nein. Wollen wir nicht. Oder drücken das Knöpfchen. Oder drücken das Knöpfchen oder so. Nein. Und nach der Abstimmung, wenn dann sozusagen aufgeschrieben wird, wer hat wie abgestimmt, konnten sie noch ein paar Stunden lang hingehen und sagen, ich habe da zwar Nein gestimmt, aber schreibt mal ins Protokoll bitte. Ja, ich habe zugestimmt. Ich hätte eigentlich, hätte ich diesen Geschäftsordnungsantrag gerne durchgewogen. Wobei man wiederum sagen muss, das ist dann tatsächlich nur fürs Protokoll, hat aber auf das Ergebnis der Abstimmung keinen Einfluss. Nein. Das heißt, es bleibt bei der Ablehnung dieses Geschäftsordnungsantrags. In der Folge wurde nicht mehr darüber diskutiert, hat man noch was ändern an der Richtlinie. Aber die Leute haben dann später fürs Protokoll mit einmal anders abgestimmt. Und da muss man sich schon sehr wundern, wie denn das eigentlich sein kann. Denn ja, ich meine, da geht es ja schließlich um wichtige Fragen. Wie kann es sein, dass da also eine relevante Anzahl von Abgeordneten sich vertut? Und in diesem Fall, bei diesem Geschäftsordnungsantrag, hätte es tatsächlich auch das Ergebnis gekippt. Also in der Summe hätte dieser Antrag eine Mehrheit gehabt. Das hätte bedeutet, das Parlament hätte zumindest nochmal darüber geredet, ob sie 11 oder 13 streichen wollen oder was verändern wollen oder so. Ganz genau. Aber gut, um das ein bisschen einzuordnen, Timo Wölken, Abgeordneter der SPD und Mitglied in der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament, der sagte der Tagesschau, es sei nicht ungewöhnlich im Europäischen Parlament, dass man sich bei einer Abstimmung auch mal vertut. Ja, das klingt jetzt erstmal dramatisch. Wenn man das so hört, kann ja irgendwie nicht sein, dass die nicht wissen, wie sie abstimmen. Aber er sagt, der Grund dafür ist die schiere Masse an Anträgen. Die Stimmen in dieser Sitzung, wo es um die Daten, um diese Richtlinie jetzt ging, die Urheberrechtsrichtlinie, sollen angeblich über 200 Abstimmungen stattgefunden haben. Ja, muss man sich mal vorstellen. Und er sagt, schiere Masse an Anträgen, ja 200 Abstimmungen ist eine Menge. Und dann gibt es unübersichtliche Abstimmungslisten, sagt er, und teilweise auch verzögerte oder schlechte Übersetzungen. Das heißt, dann weißt du halt einfach, weil es keine Übersetzung gibt oder weil die einfach schlecht ist, weißt du gar nicht, worüber du abstimmst. Also da muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, ein Parlament schafft sich doch ab, wenn die Leute nicht wissen, worüber sie abstimmen oder wenn Abstimmungschaos herrscht. Und es gibt auch so ein Video von dieser Abstimmung, wo man auch den Eindruck hat, dass nicht alle im Saal tatsächlich wissen, was jetzt eigentlich gerade aufgerufen wird. Also wie gesagt, ich bin wahrlich kein Experte für das Funktionieren des Europäischen Parlaments. Ich habe also jetzt keinen Big Picture, kann das nicht einsortieren, ob das jetzt in dieser Sitzung besonders chaotisch war oder ob das immer so abgeht. Aber das macht jetzt irgendwie keinen besonders guten Eindruck. Jedenfalls die Änderungen des Abstimmungsverhaltens haben auf das Ergebnis keinen Einfluss. Und dazu sagt Timo Wölken, das halte er auch für richtig, denn sonst könnte man Druck auf Abgeordnete ausüben, gerade bei knappen Abstimmungen im Nachhinein, das nochmal zu kippen. Das macht Sinn, weil du dann genau in diesen Listen in der Abstimmung nachgucken kannst oder du hast es vielleicht sogar verfolgt, wie hat wer abgestimmt. Und du kannst dann genau sehen, okay, es fehlen noch drei Stimmen oder vier, also der und der war eh ein bisschen wackelig. Und den massieren wir jetzt nochmal so ordentlich, damit er sein Stimmverhalten im Nachhinein fürs Protokoll ändert. Und wenn das dann auch wirklich wirksam wäre, das wäre dann extrem problematisch. Also ich finde es nach wie vor total merkwürdig und eigentlich nicht erklärlich, wieso man aus kosmetischen Gründen hinterher seine Abstimmung ändern kann. Ja, das würde ich auch sagen. Ich habe mich da auch mal ein bisschen umgehört. Ich habe da keine vernünftige Antwort gefunden, wieso das möglich ist. Jetzt gibt es natürlich das Problem, ja, du hast es geschildert, Masse von Anträgen, unübersichtlich etc. Mag sein, aber dann muss man das Problem lösen. Genau, man muss das Problem lösen, die Abstimmungen müssen ja richtig sein. Erst recht, wenn es keine Auswirkungen hat. Also wenn man jetzt noch, wenn man seine Abstimmung noch korrigieren könnte, okay, meinetwegen. Ja, aber es ist mit anderen Problemen behaftet. Aber wenn diese Änderung rein kosmetisch ist, wirklich rein kosmetisch, ja, dann finde ich ist die große Schattenseite davon, dass man seine Verantwortung verschleiern kann. Dass man in der öffentlichen Abstimmung in dem Fall sagen kann, nein, wir reden nicht darüber, weil ich habe viele Lobbyistenfreunde und will mit denen keinen Ärger haben. Und später dann? Später sage ich aber, hier fürs Protokoll, doch, ich habe zugestimmt. Und wenn man später fragt, wie hast du eigentlich abgestimmt? Dann steht da, ja, zugestimmt. Aha, okay, so. Das kann es sein. Das ist der viel größere Schaden. Also das ist der viel größere Schaden, der Schaden, der entstehen würde, wenn du das nicht korrigieren könntest. Dann wäre der Schaden, dass du halt falsch abgestimmt hast, okay, aber das muss man anders beheben. Ja, vor allem, das lässt sich ja eh nicht mehr beheben. Das, finde ich, ist der entscheidende Witz, dass diese Korrektur des Protokolls ja eben gerade letztlich eine Art schriftliche Lüge ist. Denn so wie es hinter einem Protokoll steht, hast du ja gerade in der entscheidenden Situation nicht abgestimmt. Also da fällt dann das Protokoll auseinander mit der tatsächlichen Abstimmung und vor allem mit der Wirkung deiner Stimme und dem, was gezählt wird. Und das finde ich für mich absolut. Du verfälschst die Realität. Du verfälschst die Realität. Du hast in diesem Moment eben einfach abgestimmt in einer ganz bestimmten Weise. Und ich denke, auch daran muss man sich festhalten lassen. Sonst ist, genau wie du sagst, Philipp, nicht mehr so richtig transparent, wer wie abgestimmt hat. Und vor allem, finde ich, ist ja auch die Botschaft an die Parlamentarier, wenn man das hinterher noch korrigieren kann, ist das einfach irgendwie alles gar nicht so wichtig. Genau. Haut einfach mal auf den Knopf. Haut mal auf den Knopf. Und dann gucken wir mal. Und ehrlich gesagt, die Botschaft muss doch sein, dieser Druck auf den Knopf, der ist in Stein gemeißelt. Was du jetzt drückst, das gilt, komme was da wolle. Also da muss ich auch sagen, vielleicht gibt es da irgendwelche Gründe. Wir haben uns bei Experten im EP umgehört. Niemand konnte uns einen richtig überzeugenden Grund nennen. Vielleicht gibt es einen, dann freuen wir uns über Kommentare. Aber wir finden jetzt erst mal diese Geschäftsordnung, Regelung, dass man da überhaupt noch irgendwas ändern kann, einigermaßen bizarr. Ja, also das ist bizarr, dass das existiert und es ist bizarr, dass es offensichtlich Verwirrungen bei den Abstimmungen gibt. Das ist doch kein Gesetzes-Bingo, wo ich dann irgendwie drauf haue. Genau, eins, zwei oder drei. Wie beim Daddelautomaten in der Kneipe. Dass ich einen richtigen Moment auf die Zahl haue, damit mir eine Weintraube vor die Augen flattert. Oder eine Banane. Oder eine Banane, for that matter. Das kann ja irgendwie nicht sein. Also finde ich auch, das ist alles, wir polemisieren so ein bisschen. Wir wollen damit jetzt natürlich auf gar keinen Fall irgendwie, keine Ahnung, generell Europa-Skepsis befördern und sagen, die nehmen ihren Job nicht ernst. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Aber trotzdem muss man ihnen auf die Finger gucken. Gerade wenn sie jetzt in den Fokus rücken, gerade wenn sie so eine wichtige Entscheidung treffen, dann muss das zumindest möglich sein für die Abgeordneten, irgendwie den richtigen Knopf zu zornen. Ja und die Optik ist fatal, die Optik ist einfach ganz fatal, wenn da irgendwie zwölf Leute nicht wissen, wie sie abstimmen und das in diesem Fall ja ganz jedenfalls, wenn man das mal ernst nimmt, auch tatsächlich dazu führte, dass sich da Mehrheiten geändert haben. Also da denke ich, muss das Europäische Parlament um seines Ansehens willen einfach ganz dringend nachsteuern. So, wie geht es jetzt weiter? Genau, also die Abstimmung, das muss man vielleicht plus Protokoll noch nennen, Stichwort Protokoll. Also es haben 348 Abgeordnete für diese Urheberrechtsrichtlinie gestimmt und 274 dagegen. Also es waren am Ende 74 Stimmen Unterschiede und das ist dann schon eine deutliche Mehrheit, muss man sagen. Wie gesagt, es war eine deutsche Debatte. Es war eine vorwiegend deutsche Debatte. So, jetzt haben natürlich viele den Anglieder, das war's, das ist durch, der Drops ist gelutscht. Und sagen wir mal, wahrscheinlich ist das so, aber praktisch, theoretisch gibt es noch einen anderen Schritt. Nämlich, das Ding muss ja auch noch durch den Rat. Ja genau, also das ist so ein bisschen kompliziert, dieses Gesetzgebungsverfahren in Europa. Es ist ja schon, es gab ja jetzt erstmal diese Einigung zwischen Kommissionen, den Mitgliedstaaten und dem Parlament im sogenannten Trilog. Dieser Deal im Februar, der geschlossen wurde, daraufhin hat dann der Rat diesen Deal aus dem Trilog schon mal gebilligt. Also Rat ist sozusagen die Vertretung der Mitgliedstaaten, die Ministerrunde. Genau, und der Rat hat das schon mal gebilligt, aber der Rat muss jetzt nochmal zustimmen nach der Entscheidung des Europäischen Parlaments. Das heißt, es gibt noch eine letzte Abstimmung im Rat der Mitgliedstaaten und da ist so ein bisschen unklar, wie denn das eigentlich laufen soll. Also Katharina Barley, die Bundesjustizministerin, ist aus deutscher Perspektive die fachlich zuständige Ministerin. Und es ist ein bisschen die Frage, wie sie denn jetzt tatsächlich auf europäischer Ebene da noch Einfluss nimmt. Also sie hatte nach der Einigung im Trilog erstmal zugestimmt, das muss man sich mal reintun. Also Katharina Barley, SPD-Ministerin, hat für diese Upload-Filter sich ausgesprochen. Heute aber kritisiert sie Upload-Filter öffentlich, findet sie falsch. Fast alle SPD-Abgeordneten im EP haben ja auch diese Richtlinie letztlich abgelehnt. Und zugleich sagt sie jetzt aber, die Richtlinie müsse in Deutschland möglichst userfreundlich umgesetzt werden, so als sei diese Richtlinie schon beschlossene Sache. Dabei muss der Rat eben nochmal einmal entscheiden und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist doch total inkonsequent. Das ist Wischiwaschi und letztlich auch eine Form von Wählertäuschung. Also entweder ist man jetzt für oder gegen diese Richtlinie und wenn man dafür ist, da muss man eben zustimmen, so wie sie das ja im Rat auch schon getan hat. Wenn ich aber dagegen bin, dann muss ich auch tatsächlich dagegen kämpfen und dann kann ich jetzt nicht einfach sagen, man muss sie möglichst userfreundlich umsetzen, denn der Richtlinientext ist nun mal eben so, wie er ist. Wir haben in den letzten Wochen hinreichend analysiert, wollen wir jetzt nicht nochmal wieder aufmachen, das Fass. Und da wird Deutschland nicht umhinkommen, diesen Richtlinientext auch umzusetzen. Also deswegen, das haben wir ja in der letzten Woche schon analysiert, das war ja letztlich diese Augenwischerei, denke ich, der Union, die dann sagen, Ja, da ist Barley nicht weit weg davon. Genau und das ist das Dramatische, Katharina Barley macht jetzt im Ergebnis diesen Quatsch mit, den wir in der letzten Woche bei der Union kritisiert haben. Und die tut so, als wenn man das in Deutschland quasi... Nur so halb umsetzen müsste, dann wird das schon passen. Und ich glaube genau, also wir haben uns wahnsinnig viel aufgeregt über die Inkompetenz von Herrn Voss und wir haben auch nochmal dieses Interview verlinkt, auf das wir letzte Woche schon eingehen sollen, aber wo er nochmal seine ganze Unwissenheit, seine ganze Ahnungslosigkeit und seine ganze verhängnisvolle Lobbyistengläubigkeit zu Papier gegeben hat. Und das ist wirklich, wirklich traurig und wirklich beschämend und man könnte mit ihm Mitleid haben, wenn das nicht eine ganze Generation, würde ich sagen mal, zumindest desillusionieren würde, ob der Fähigkeiten von Politikern auf EU-Ebene. Aber ich finde, dieses Rumgeeiere und dieses, ja, man muss schon sagen, täuschende Vorgehen von Barley, das ist davon nicht so weit davon entfernt. Also weil das auch dazu führt, so nach dem Motto, was machen die da eigentlich? Erst stimmt sie dazu, zu diesen Upload-Filtern, obwohl es im Koalitionsvertrag drinsteht, wir wollen das nicht, dann sagt sie, ja, dieser Upload-Filter, wo das so da ist, jetzt die Upload-Filter sind doch nicht so toll, aber wir müssen das ja nicht so richtig umsetzen. Das auch nicht stimmt. So, weißt du, was auch nicht stimmt und jetzt kommt halt dieser Rat, man weiß noch nicht so genau, es gibt ja verschiedene Räte sozusagen, also die Minister haben alle ihre Räte und dann gibt es halt den, ist jetzt so ein bisschen unklar, in welchen dieser Räte quasi diese Richtlinie jetzt abgestimmt wird, wahrscheinlich bei einem Treffen am 9. April. Aber auch da ist Deutschland sozusagen, da geht es dann, glaube ich, das habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt, aber da geht es einerseits um Stimmenmehrheit. Ich glaube, 16 Länder müssten es ablehnen, aber dann… Du brauchst eine qualifizierte Mehrheit. Mehrheit, genau. Da gibt es komplizierte Berechnungsformen. Genau, es gibt auch noch die Bevölkerung, es gibt sozusagen auch noch, ich glaube, eine gewisse Anteil der europäischen Bevölkerung muss dort auch noch repräsentiert sein. De facto unterm Strich würde es aber heißen, wenn Deutschland nicht zustimmt, dann reicht es nicht. Das ist nämlich der Punkt, das muss man sich jetzt immer vor Augen führen. Man weiß nicht, ob es tatsächlich eine Abstimmung nochmal geben wird im Rat, gerade der Justizminister, sodass Katharina Barley quasi persönlich oder durch einen von ihrem Haus gestellten Vertreter Nein sagen könnte. Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Das ist möglich, dass es einen solchen Justizrat geben wird, aber wahrscheinlicher ist in Brüssel zur Zeit, dass es eine Sitzung des Rats zu allgemeinen Angelegenheiten sein wird, am 9. April, da weiß einfach niemand so richtig, wer dann da eigentlich sitzen wird. Kann auch sein, dass es ein CDU-Minister ist. Das ist eher wahrscheinlich, so wie wir so hören. Das ist also interessanterweise noch nicht so ganz klar in Brüssel. Aber, das heißt, wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass Katharina Barley höchstpersönlich wirklich die Möglichkeit hat, nochmal Nein zu sagen. Sonst käme es nämlich so richtig zum Schwur. Dann könnte man nämlich mal sehen, was ihre vordergründig geäußerte Kritik an dieser Richtlinie jetzt tatsächlich wert ist, wenn abgestimmt wird. Aber, und man muss natürlich ganz ehrlich sagen, also auch wenn Katharina Barley oder die SPD möglicherweise nicht da die entscheidende Stimme abgeben darf in diesem Rat für allgemeine Angelegenheiten, so wird es doch irgendein deutscher Minister tun. Und da muss man doch einfach mal jetzt an die SPD beim Wort nehmen. Ich meine, auch der Parteikonvent hat vor einigen Tagen dafür gestimmt, dass diese Richtlinie nicht passieren darf. Und da fragt man sich ganz ehrlich, soll denn das alles nur Lippenbekenntnisse sein? Ich meine, sie könnten ja schließlich und endlich der Union einfach sagen, Leute, guckt mal in unseren Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag steht, Lars, klar, wir wollen keine Uploadfilter. Wenn ihr hier zustimmt, dann war es das mit dieser GroKo. Genau, und die Union bezweifelt ja auch nicht mehr, dass es Uploadfilter bedeutet. Nö, die Union sagt ja selber, sie will die nicht mehr. Sie will die nicht mehr. Und das ist alles so ein bizarres Schauspiel. Weißt du, das ist auf so vielen Ebenen unredlich. Und beschädigt einfach den, es ist unredlich und beschädigt den demokratischen Prozess. So, ja, und da muss man, also, weißt du, warum reden die dann überhaupt im Koalitionsvertrag über dieses Thema? Wenn sie es doch wieder anders machen. Und wenn es dann wirklich so klar ist, ja, hier ist die Richtlinie, sie wird Uploadfilter bringen. Im Koalitionsvertrag steht drin, wir wollen keine Uploadfilter. Dann müsste das nein klar sein. Dann müsste das eigentlich klar sein. Und, und, also, ja, da fehlen einem die Worte. Da fehlen einem wirklich die Worte, wenn Politik in solch klaren Situationen einfach nicht mal konsistent erscheidet. So, und jetzt kommt ja der eigentliche Burner. Weißt du, warum Deutschland überhaupt zugestimmt hat? Warum Angela Merkel auf Spitzenebene entschieden hat, dass Deutschland zustimmt? Ja, du wirst es mir sicher gleich erzählen. Ja, und jetzt wird es nämlich richtig traurig. Die Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht daran erinnern, dass wir im Januar mal ein Interview hatten zum Thema Gaspipeline Nord Stream 2. Und zu den ganzen außenpolitischen Problemen, die diese Pipeline mit sich bringt. Frankreich findet diese Pipeline aus diesen Gründen eigentlich eine Riesenkatastrophe. Frankreich möchte aber aus bestimmten Gründen diese Uploadfilter unbedingt. Und nun gab es auf Spitzenebene einen Deal zwischen Angela Merkel und Macron, dem französischen Präsidenten, wo gesagt wird, okay, die Franzosen tragen auf europäischer Ebene Nord Stream 2 mit. Im Gegenzug kriegen sie von Angela Merkel als Beute quasi die Uploadfilter. Und das ist ein solcher Kamelmarkt. Da kann man wirklich nur noch sagen, das kann doch einfach alles nicht wahr sein. Man kann sich auch die Frage stellen, warum eigentlich Angela Merkel nun das Projekt Nord Stream 2, das ja maßgeblich Gerhard Schröder und Gazprom nützt, wie so Angela Merkel und ausgerechnet dieses Projekt so featuret. Da kann man sich lange fragen, warum. Aber da muss man auch sagen, also generell, solche Deals, man kann es auch Kompromiss nennen, gehören zur Politik. Das ist normal. Das ist so, da hat der eine jenes Interesse und der andere dieses Interesse. Und wir müssen aber beide zu irgendeinem Punkt kommen. Und dann werden auch total sachfremde Themen auf einmal miteinander vermischt. Wie auf dem Kamelmarkt. Ja, du bist doch da bei der Pipeline. Wie sitzt das da? Ich komme dir bei der Pipeline entgegen, aber dann machen wir hier mit den Upload-Filtern klar. Und so kommen wir uns dann her, ja, geht schon. Also, da würde ich sagen, das klingt zwar so ein bisschen schäppig, aber so ist Politik und so funktioniert das. Ich finde nur, das hat Grenzen. Ich finde nur, man kann nicht einfach alles, sagen wir mal, durch diesen Mähdrescher drehen. Und dann am Ende ist eh alles egal. Und ich finde, da ist Deutschland und da ist Merkel einfach zu weit gegangen. Da ist sie Frankreich zu weit entgegengekommen. Und sie hat da einfach, der Preis, den wir dafür zahlen, der ist einfach zu hoch. Sowohl inhaltlich, sachlich, als auch methodisch und politisch. Da ist der Schaden einfach zu groß. Also, ich würde auch sagen, das Big Picture bei dieser ganzen Debatte, wir steigen ja ganz bewusst nicht noch mal inhaltlich ein, warum diese Richtlinie so problematisch ist. Das haben wir genug getan. Das Big Picture ist einfach, diese ganze Debatte hat der Demokratie in Europa und einen Bärendienst erwiesen. Und es ist überhaupt ein PR-Gau für die Europäische Union. Weil einfach viele junge Leute den Eindruck gewinnen, ihre Meinung ist nicht gefragt. Bestimmte Politiker haben da ja sich noch zu dieser Formulierung Bots verstiegen, haben so getan, als wenn die jungen Menschen alle manipuliert seien. Oder bezahlt, vor that matter. Oder bezahlt. Herr Kaspari von der CDU hat irgendwie behauptet, 450 Euro Demonstranten würden da angestellt und hat irgendwie einen FAZ-Artikel als Quelle genannt, der das aber nicht so schreibt. Nö, nee, das hat sich sogar aufgelöst, wie das zustande kam. Also Herr Kaspari hat behauptet, Demonstranten hätten 450 Euro bekommen für die Demo-Teilnahme. Turns out, eine NGO auf europäischer Ebene namens European Digital Rights hat Mitglieder von ihren Mitgliedsorganisationen, das ist so ein Dachverband, hat Mitglieder von ihren Mitgliedsorganisationen eingeladen zu Gesprächen ins Europäische Parlament nach Straßburg. Also nicht zu Demos, sondern zu Gesprächen im Parlament und hat dafür Reisekostenstipendien gezahlt. Ich weiß nicht, so ein Dutzend Leuten oder 20 Leuten. Gibt es auch ein Foto im Netz von den Leuten, die da auf Edrikosten nach Straßburg oder Brüssel gefahren sind, weiß nicht mehr. Also mit anderen Worten davon, dass irgendwie massenweise Leute bezahlt worden sind, kann keine Rede sein, sondern eine Handvoll Leute, 20 Leute, glaube ich, haben da so ein Stipendium bekommen, um im EP über diese Fragen zu diskutieren. Und Kaspari sagt, er hätte ja nicht behauptet, dass alle kommen, sondern nur angedeutet, dass offenbar jetzt auch Demonstranten dafür bezahlt werden. Und wer in einer redlichen Debatte interessiert ist, der macht sowas nicht. Das ist Propaganda und das ist Irreführung und das ist einfach Wählerverarsche und Medienverarsche. Und das macht man einfach nicht. Das ist einfach hässlich gelaufen. Das muss man wirklich sagen. Also eine ganz traurige Geschichte, inhaltlich, aber vor allem quasi von der B-Note her. Und insofern, da hoffe ich, dass einfach viele Leute jetzt nochmal drüber nachdenken, ob es das denn wirklich wert war. Denn mal ganz ehrlich, die Europäische Union steht sowieso unter Rechtfertigungsdruck, weil es ja ganz objektiv einfach eine ganze Reihe von Politikfeldern gibt, wo es lange nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und wenn dann noch auf diese Art und Weise Politik gegen 99% der Bevölkerung gemacht wird, wie das hier in diesem Fall geschehen ist, das ist einfach nicht gut. Wir haben ja schon öfter und seit längerem über den sogenannten Müller-Report geredet, der ja seit zwei Jahren in der Mache ist. Genau, manche sagen auch Mueller. Mueller, Müller, Müller sagen auch einige. Wir sagen... Man weiß es nicht. Ich glaube, also in amerikanischen Medien höre ich eigentlich immer Mueller. Mueller, ja, würde ich jetzt auch so sagen. Also da haben wir ja am Anfang ein bisschen öfter drüber geredet, jetzt schon länger nicht mehr. und wir nehmen das jetzt noch mal hier ins Programm, weil er diesen Report jetzt abgegeben hat. Nicht veröffentlicht, aber abgegeben beim Justizministerium. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Wir sind in Washington und es geht letztlich um die letzte Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Es geht um Vorgänge, die vor allem im Jahr 2016 spielen. Und es geht nämlich im Kern um die Frage, ob Donald Trump sich mit russischen Stellen koordiniert hat, um die Präsidentschaftswahl zu beeinflussen. Das wäre wohl eine Straftat. Oder ob Donald Trump bei der Aufklärung dieser Vorgänge die Justiz behindert hat. Das sind so die beiden Themen, die Mueller in seinem Sonderreport bearbeiten sollte. Philipp, und was ist rausgekommen? Genau. Und er hat jetzt also, wie gesagt, er hat diesen Bericht übergeben an das Justizministerium. Und der Justizminister, der hat jetzt einen vierseitigen Brief an das Parlament geschrieben mit einer Zusammenfassung. Das heißt, der Bericht selber ist nicht öffentlich? Ist noch nicht öffentlich. Die Demokraten fordern das, aber bisher, was wir kennen, ist dieser vierseitige Brief des Justizministers, der von Donald Trump anernt wurde, an das Parlament. Und der ist, wie gesagt, kann man sich durchlesen, ist relativ klar verständlich. Es geht, hat zwei Teile, so eben auch die Aufgabe gestrickt war. In dem ersten Teil geht es um die Frage Koordination mit den Russen. Und da sagt er, ich zitiere mal auf Englisch, The investigation did not establish that members of the Trump campaign conspired or coordinated with the Russian government in its election interference activities. Also zu Deutsch, die Ermittlungen haben nicht feststellen können, dass Trump oder seine Kampagne sich mit den Russen verschworen oder koordiniert hat, in deren Aktivitäten die Wahlen zu beeinflussen. Dass die Russen diese Wahlen beeinflusst haben, ist, denke ich, Fakt. Das ist erwiesen. Die Frage war, hat Trump oder seine Kampagne damit mitgemacht? Und Maler kommt zu dem, zumindest nach Darstellung des Justizministers, zu dem Schluss, nein, hat er nicht. Was klar wurde, sie wollten es. Diverse Trump-Leute haben gesagt, ja, love it, gib mir den Dreck, wenn du was zu Hillary hast. Und sie wussten, dass Wikileaks diese geklauten E-Mails publischen wird und fanden das super. Und Trump hat gesagt, Russia, wenn du Clintons E-Mails hast, dann hau die mal raus. Also sie waren offensichtlich willig, aber die Ermittlungen haben keinen, wie das so hieß, kein Agreement gefunden, keinen Vertrag, weder, sagen wir mal, wörtlich noch implizit, der sozusagen the smoking gun war, der so gesagt hat, okay, lass uns mal zusammenarbeiten. Aber das war das eine. Relativ klar, kann man drüber streiten, aber das war sozusagen das eine. Das zweite, und das ist das viel Wichtige eigentlich, ist diese Frage, hat denn Trump die Justiz behindert? Und sagen wir mal, das sagt er auch in dieser Zusammenfassung, dass alles, worum es da im Kern ging, ist eigentlich öffentlich. Also wir erinnern uns, James Comey war mal FBI-Chef und hat halt gegen Michael Flynn diesen nationalen Sicherheitsberater von Trump ermittelt. Und Trump hat halt Comey gebeten, du sag mal, fass den mal nicht so hart an, du wirst ihm doch nicht wehtun. Das war so das Erste. Dann, als Comey dem nicht gefolgt ist, hat er den FBI-Chef gefeuert. Und dann auf NBC auch noch gesagt, ja, ich habe Comey gefeuert, wegen dieser Russland-Sache. Und eine Behinderung der Justiz, haben wir auch schon drüber geredet, ist eine Straftat in den USA. Und zu aller Überraschung hat Müller gesagt, dazu treffe ich keine Entscheidung. Wir haben zwei Jahre ermittelt, wir hatten alle Werkzeuge der Welt, wir haben Leute vernommen, wir haben Leute vorgeladen, wir haben Fakten gesammelt. Aber in der Zusammenfassung des Justizministers steht, Müller listet nur die Fakten auf. Und dann, Zitat, der Sonderberater erklärt, also Müller, dass, Zitat, dieser Bericht zwar nicht zu dem Schluss kommt, dass der Präsident ein Verbrechen begangen hat, ihn aber auch nicht entlastet. Aber das heißt mit anderen Worten, er sagt, wissen wir nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Ja, also. Das finde ich ein bisschen schwach. Ich meine, wenn man sich mal diesen Aufwand überlegt, Philipp und seinen Auftrag, das ist doch gerade sein Job gewesen. Das ist ein Job gewesen, das würde ich auch sagen. Und das würde ich auch als zentrale Kritik machen. Die haben diesen Aufwand getrieben und die haben den Müller engagiert, weil sie in ganz, ganz zentralen Fragen eine unabhängige Ermittlung und ein unabhängiges Urteil wollten. Also das war das, das war die Idee. Und nun sagt Müller, ich habe gesammelt, ich kann den Präsidenten nicht entlasten, ich kann ihn nicht freisprechen. Weißt du, ist ja nicht so, dass er nichts gefunden hätte, dann hätte er ihn freigesprochen. Offensichtlich hat er schon eine Menge gefunden, was dafür sprechen könnte, dass der Präsident der Vereinigten Staaten die Justiz behindert hat. Aber es ist wohl vielleicht auch nicht so ausreichend, dass er sagt, er hat sie behindert. Und nun hat er halt, nun ist die Situation so, dass er gesagt hat, ich weiß es nicht. Und er hat es jetzt dem Justizminister überlassen, diese Entscheidung zu treffen. Einem politischen, sagen wir mal, Gefolgsmann und ernannt von Donald Trump. Und oh Wunder, er kommt, der Justizminister kommt zu dem Schluss, dass der Präsident nicht die Justiz behindert hat. So, und das Problem, also was der Justizminister eben noch anführt, so ein bisschen durchklingen lässt, ganz entscheidend für dieses Verbrechen, Behinderung der Justiz, ist dieser Korrupt Intent. Also diese böse Absicht, wenn du die Justiz behinderst, dann musst du sozusagen, darfst du das nicht aus Versehen machen, sondern du musst eine niedere Absicht haben, um ein Verbrechen zu verdecken. Und der Justizminister argumentiert, hey, dieses erste Ding da mit den Russen, da gab es doch gar kein Verbrechen. Und wo es kein Verbrechen gibt, sagt er so ein bisschen zwischen den Zeilen, da ist es zumindest schwer, sagen wir mal, diesen Korrupt Intent nachzuweisen. Weil wenn es kein Verbrechen gab, dann gab es vielleicht auch keinen Grund, das zu verdecken. Aber ich glaube, das ist eine totale Quark. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist eine totale Quark-Argumentation. Wenn ich aufs Klo gehe, also sagen wir mal so, ich bin, was weiß ich, Kokain-Dealer. Und ich gehe aufs Klo, weil es an der Tür klopft, und spüle mein Kilo Kokain das Klo runter. Und dann kommt die Polizisten und finden nichts und sagen, ja, okay, schade. Dann halt nicht. Wir haben zwar gesehen, du hast da was runtergespült, aber da es kein Verbrechen gibt, gibt es wahrscheinlich auch keine Behinderung des Verbrechens. Und das halte ich für Quark. Also das ist, finde ich, eine total unnachvollziehbare Argumentation. Und dann ist halt die Frage, wenn diese Absicht schon so zentral ist, bei dieser Frage, ob er die Justiz behindert hat oder nicht. Warum wurde Donald Trump nie befragt in dem Endeffekt? Na, zu dem ersten Punkt, den du angesprochen hast, Philipp, das fällt mir so ein bisschen schwer einzuschätzen, einfach weil das ja so ein... Ein Legal-Ding ist. Ja, das ist vor allem, das ist eben ein sehr weiter Tatbestand, diese Behinderung der Justiz. Und die kollidiert natürlich auch mit Grundsätzen, wie das niemand verpflichtet ist, sich selber quasi reinzureiten. Da muss man halt schon so ein bisschen aufpassen. Also gerade dein Beispiel von einem Kokain-Dealer, da hätte der gute Mann ja Beweise gegen sich selbst vernichtet. Also jedenfalls nach deutscher, auch fester Überzeugung, hätte man damit kein Problem. Aber findest du das denn überzeugend, sondern diese Argumentation, wo kein Verbrechen ist, da kann man auch keins vertuschen? Natürlich, also da hätte ich eher grundsätzlich eher mal Bedenken damit, weil man ja die Ermittlungen der Justiz auch dann behindern kann, wenn die im Ergebnis zu nichts führen. Das ist ja gerade, das ist ja im Grunde ein Zirkelschluss. Denn ob es tatsächlich kein Verbrechen gab, das steht ja am Ende von irgendwelchen Ermittlungen. Das heißt also, es kann durchaus schützenswerte Ermittlungen geben, selbst dann, wenn die im Ergebnis zu nehmen führen. Ja, und zumal... Also da wäre ich auch sehr skeptisch, ob diese Argumentation so richtig überzeugt. Genau, zumal, sagen wir mal, es ja durchaus Verbrechen strafwürdiger Art gibt, wie jetzt Müller nicht untersucht hat. Aber das, was der sein ehemaliger Anwalt ausgesagt hat, deutet scharf darauf hin, dass Trump und seine Leute tatsächlich ein Verbrechen begangen haben, eine Straftat, indem sie halt Wahlkampfkosten und Ausgaben verschleiert haben. So, und vielleicht hatte ja auch Trump das im Hintergrund, dass Müller vielleicht darüber stolpert und so. Also Motive, die Justiz zu behindern, gab es genug. Und da finde ich, das ist, finde ich, enttäuschend, dass er den Punkt nicht gemacht hat. Und wie gesagt, dass er auch den Trump nicht befragt hat. Er hätte ihn vorladen können. Das hätte natürlich alles, sagen wir mal, Gerichtsverfahren gegeben, wäre langwierig gewesen oder so. Aber ich finde, das hätte er mehr versuchen müssen. Er hat sich da mit schriftlichen Antworten zufrieden gegeben, weil auch Trumps Anwälte alles getan haben, um Trump da nicht befragen zu lassen, weil natürlich klar ist, dass er sich wahrscheinlich reinreitet. Unterm Strich ist es jetzt so, Trump jubiliert natürlich. Er sagt, it's a complete and total exoneration. Was falsch ist, weil ... Also als er ja jetzt quasi völlig entlastet. Völlig entlastet. Aber statt sozusagen mal so Kulant oder wie sagt man, Konziliant zu sein und sagen, hey, das war eine wichtige, war vielleicht eine schwierige Ermittlung. Ja, ist jetzt nicht das, warum ... Es lag Vorwürfe auf dem Tisch, die müssen geklärt werden. War gut, dass wir das gemacht haben. Jetzt let's join together. Und wir haben uns wieder alle liebt. Macht Trump natürlich nicht. Er geht absolut zum Gegenangriff über, irgendwie reitet Attacken gegen die Demokraten. Er hat sie im Blick. Und jetzt müsste gegen X, Y und Z mal was gemacht werden. Also der nimmt das sozusagen als volle Munition, um quasi auch seine Base zu bedienen. Aber gut, ich meine, das ist irgendwie verständlich, oder? Also da muss ich gar nicht sagen, das ist halt auch Donald Trump, der polarisiert halt, der spitzt zu. Und mal ganz ehrlich, also das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz unerwartet, dass er natürlich ein solches Ergebnis in seinem Sinne umbiegt oder teilweise eben auch selektiv darstellt, um da jetzt einen PR-Erfolg draus zu machen. Und da muss man halt auch ganz ehrlich sagen, na ja, möglicherweise ist das eben das Risiko von solchen Ermittlungen. Wenn ich natürlich einfach so einen Sonderermittler in die Spur schicke und nicht so richtig weiß, was dabei rauskommt, dann kann es natürlich auch sein, dass das Ergebnis ein Eigentor ist. Und das erleben die Demokraten jetzt. Die Demokraten erleben das, genau. Wobei ich ihnen, finde ich, recht geben muss, dass sie natürlich fordern, den kompletten Report zu sehen. Ja, klar. Das finde ich muss sein. Also zumindest zu diesem entscheidenden Punkt der Behinderung der Justiz. Weil es eben auch noch wahnsinnig viel offene Fragen gibt. Was genau hat Müller denn rausgefunden zur Behinderung der Justiz? Vielleicht gibt es da ja vielleicht keine strafrechtlichen relevanten Sachen. Aber politisch relevant doch schon. Also darüber kann das Parlament doch auch dann urteilen. Und das Volk, ob es sich vielleicht nicht strafbar gemacht hat. Aber mit der Summe dessen, was ihm dort nachgewiesen hat, vielleicht doch nicht mehr tragbar ist. Also ich finde, da muss alles auf den Tisch. Und die Frage auch, warum hat Müller da keine Entscheidung getroffen? Das geht ja vielleicht auch aus diesem Bericht hervor. Wollte er das sozusagen, dass das Parlament dann am Ende drüber unterscheidet oder so? Das sind alles offene Fragen. Und da finde ich, das sollte schon öffentlich gemacht werden. Das finde ich gut. Und trotzdem, das vielleicht noch als Schlusswort, ja, da ist jetzt vielleicht Trump nichts nachgewiesen worden. Aber im Rahmen dieser Ermittlungen sind 34 Leute aus seiner Umgebung angeklagt und oder verurteilt worden. Innerhalb von 22 Monaten. Und das ist nur eine Zufallsstichprobe. Weißt du, das ist ja jetzt quasi, aus Zufall hat der Müller da angefangen zu ermitteln. Und ist auf 34 Leute gestoßen, die sich strafbar gemacht haben. Die zum Teil jetzt im Knast wandern. Aus Trumps Umfeld. Und da fragt man sich schon, was, also, also, wenn das die Stichprobe ist, wenn das bei so einer zweijährigen Stichprobe rauskommt, ja, an Steuerhinterziehungen, an Wahlkampffspenden, die nicht abgerechnet werden, an irgendwelchen dubiosen Einnahmen aus dem Ausland, die irgendwo versteckt werden. Also, das lässt nichts Gutes an für das Gesamtsystem dort. Und für das Gesamtklima. Das muss man sagen, ja. Das muss man sagen, das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Und es zeigt im Grunde weiter die Polarisierung auch der amerikanischen politischen Landschaft, die dann eben auch immer wieder mit juristischen Mitteln ausgetragen wird. Und ob das immer so gut ist, Dinge quasi auf die juristische Ebene zu heben, anstatt sie wirklich politisch zu entscheiden, das weiß ich auch nicht. Also, jedenfalls würde ich mal sagen, sehen die Demokraten jetzt an diesem Beispiel, wie gefährlich das ist. Denn letztlich verfolgen ja eben juristische Ermittlungen eigentlich ein anderes Ziel als politische Diskurse. Und da kann man eben auch ganz gewaltig letztlich ins Klo greifen. Genau. Und einen letzten Punkt vielleicht noch, das vergisst man immer, dass die Russen versucht haben, die Wahlen zu manipulieren. Das ist erwiesen. Sie haben so auf Facebook und sozialen Netzwerken da diverse Posts geschaltet. Da haben wir auch drüber geredet. Sie haben die E-Mails gestohlen. Sie haben die E-Mails gestohlen und die Demokraten gehackt. Und ich glaube, sie haben in ihren feuchtesten Träumen sich nicht ausgemalt, was das für eine erfolgreiche Operation wird. Das war die beste Operation ever. Ich möchte nicht wissen, wie viele Geheimagenten in Moskau und da schon befördert worden sind. Also angeblich im New York Times stand so, dass so mit diesen ganzen Operationen nicht viel mehr als 100 Leute befasst waren. Okay. Dann kann man sagen, die haben ihr Geld wahrlich verdient. Oh, und alter Schwede, die USA waren zwei Jahre beschäftigt, sind tief gespalten und super irritiert und verunsichert und abgelenkt und, 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 und. Und also das vielleicht noch mal so als kleiner ironischer Hut-Tipp irgendwie Richtung Orten. Also wenn der Plan der Russen in diesem Fall war, teile und herrsche, dann muss man ehrlich gesagt sagen, Plan soll weit übererfüllt. Anders kann man das nicht beschreiben. Anders kann man es nicht beschreiben. Also wir sind gespannt, wie das da jetzt weitergeht, ob die Demokraten da noch sowas wie Impeachment machen, also ein Amtsenthebungsverfahren. Danach sieht es momentan überhaupt nicht aus. Der nächste Schritt wäre halt zu gucken, ob sie an den Report kommen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, zu unserem nächsten Thema. Wir haben aus Berlin gehört, Raser können Mörder sein. Das Landgericht Berlin hat gestern zwei junge, oder heute weiß ich gar nicht, heute glaube ich sogar, zwei junge Männer erneut wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Wir hatten ja damals auch schon darüber gesprochen. Und die Fakten noch mal so ganz kurz zusammen. Also es war der 30-jährige Hamid H. und der 27-jährige Marvin N. Die sind also am 1. Februar 2016, kurz nach Mitternacht, bei einem zufälligen Zusammentreffen, glaube ich, mit ihren Autos an einer Ampel auf dem Berliner Kurfürstendamm. Sagen wir mal, spontan haben die sich da zu einem sogenannten Stechen verabredet. Kurz, sie haben ein Autorennen veranstaltet. Auf dem Kuhdamm sind mit Pi mal Daumen 170 kmh durch die Innenstadt geheizt. über diverse 170 kmh. Das ist auf der Autobahn, wo die Spuren breit sind und kein Gegenverkehr und alles frei ist. Auf der Autobahn ist das schon extrem schnell. Und wer das schon mal gefahren ist, weiß, das kriegt man kaum kontrolliert. Also wenn man jetzt nicht ein super erfahrener Fahrer ist. Ja, und das ziehen wir durch in der Innenstadt. Ja, im Kuhdamm. Wobei man ja sagen muss, es gibt ja auch Lagehörer, die bei 180 auf der linken Spur Fotos von ihrem Autoradio machen, um uns das zu schicken. Das hat immer nur der Beifahrer. Don't do it. Don't do it. Also bitte nicht selber. Nicht selber. Wir freuen uns total über Lagebilder. Das können wir bei der Gelegenheit noch mal kurz einflechten. Ja, wir freuen uns total über Fotos davon, was ihr seht, wenn ihr die Lage hört. Schickt sie uns gerne ein an lagebilder.lagedernation.org. Aber wie gesagt, bitte nicht auf der linken Spur der Autobahn im Tiefflug noch mit dem Handy hantieren und Fotos machen. Bei diesem Rennen ist also dann ein 69-jähriger Mann ums Leben gekommen, als er mit seinem Jeep aus einer Seitenstraße quasi in deren Rennstärke reingebogen ist. Der Mann hatte grün. Er ist zurechtgefahren und halt mit diesen beiden Rasern kollidiert und war dann tot. Jetzt hat das Landgericht Berlin also gesagt, das war Mord. Ja, ganz genau. Die 32. große Strafkammer als Schwurgericht hat also 23 Hauptverhandlungstage lang diesen Fall verhandelt. Das war der dritte Anlauf, muss man dazu sagen. Deswegen ist es auch jetzt über drei Jahre her, seit dem Tattag, dass das Urteil gesprochen werden konnte. Wie gesagt, eine Kammer hatte das schon genauso gesehen im Ergebnis. Das Urteil ist aufgehoben worden vom Bundesgerichtshof. Wir haben sowohl das Urteil als auch die Revisionsentscheidung des BGH in der Lage ausführlich besprochen. Dann hat eine zweite Kammer sich mit dem Fall beschäftigt, die 40. große Strafkammer des Landgerichts Berlin. Da war allerdings dann sehr schnell ein Befangenheitsantrag erfolgreich gegen die drei Berufsrichter. Deswegen musste dann eine dritte Kammer damit beschäftigt werden. Wie gesagt, die 32. große Strafkammer und die ist jetzt zu einem Urteilspruch gekommen. Der Vorsitzende Matthias Scherz, für die Insider, der Bruder des Presse Scherz, sagte, der Tatort habe ausgesehen nach dieser Kollision wie nach einem Terroranschlag. Wer da mal die Fotos gesehen hat, ich kann das unterschreiben. Das sieht man auch in den Pressefotos. Der Richter wird natürlich noch viel mehr gesehen haben. Das war wirklich ein Bild des Schreckens. Die zentrale Frage aus juristischer Perspektive war, ob es ein Mord und da wiederum war die zentrale Frage, ob die beiden vorsätzlich gehandelt haben im Hinblick auf die Tötung eines Menschen. Und Vorsatz bedeutet eben strafrechtlich, dass man die Möglichkeit dieses Ergebnisses erkennt und diese Möglichkeit billigend in Kauf nimmt, wie das so schön heißt. Das muss einem nicht lieb sein, aber man muss es billigend in Kauf nehmen. Und dazu sagt das Landgericht Berlin, die beiden Raser hätten das Risiko für andere Verkehrsteilnehmer erkannt und trotzdem aber weitergemacht, denn es sei ihnen alles egal gewesen. Sie hätten deswegen auch den Tod anderer Verkehrsteilnehmer bewusst billigend in Kauf genommen. Und da gab es eben in der ersten landgerichtlichen Entscheidung so ein paar Schwachstellen bei der Beweiswürdigung und die hat die nun entscheidende Kammer offensichtlich natürlich vermeiden wollen, damit das UTA nicht wieder aufgehoben wird. Insbesondere haben sie sich nämlich mal Gedanken gemacht über die verschiedenen Zeitpunkte, wo die beiden Täter sich bestimmte Dinge vorgestellt haben oder auch nicht. Und da sagt jetzt die Kammer, dieses Bewusstsein, dass andere zu Tode kommen könnten, hätten sie auch schon zu einem Zeitpunkt gehabt, in dem sie noch hätten bremsen können. Wenn einem das erst aufgeht im letzten Moment, wenn da einer reinzieht, dann war der Todeserfolg nicht mehr vermeidbar. dann kann man ihnen möglicherweise im Hinblick auf diesen Todeserfolg tatsächlich kein billiges in Kauf nehmen unterstellen. Aber da sagt jetzt die Kammer, nein, auch früher schon, als es noch früh genug gewesen wäre, hätten sie bremsen können. Das haben sie aber nicht getan. Sie haben ihre Füße nicht vom Gaspedal genommen. Deswegen, so die 32. Kammer, Vorsatz im Hinblick auf die Todeserfolg. Also die Verteidigung sagt jetzt ja, die Angeklagten hätten bis zuletzt darauf vertraut, dass schon nichts passieren würde. Was macht das Gericht dazu? Das Gericht hält davon gar nichts. Hintergrund ist, dass dieses darauf vertrauen, dass schon nichts passieren werde, das ist quasi so die Umschreibung für bewusste Fahrlässigkeit. Das sind die beiden juristischen Konstruktionen. Auf der einen Seite gibt es eben den bedingten Vorsatz. Und ganz scharf davon abzugrenzen, ist die bewusste Fahrlässigkeit, wo man in beiden Fällen schon ein Risiko erkannt hat. In beiden Fällen weiß man, das kann richtig böse ausgehen. Aber im einen Fall billigt man diesen Ausgang, auch wenn er einem möglicherweise total unlieb ist, zum Beispiel um eines anderen Zieles willen. Hier in diesem Fall unbedingt das Stechen gewinnen. Oder im Fall der bewussten Fahrlässigkeit findet man sich mit dem Erfolg gerade nicht ab und hofft, dass schon nichts passieren werde. Und da sagt das Gericht, dieses, wir haben doch gehofft, es geht alles gut. Es sei eine, Zitat, abwegige Schutzbehauptung. Denn bei diesen Geschwindigkeiten, der technischen Ausstattung der Fahrzeuge und den schlechten Sichtverhältnissen am Tatort, eine Februarnacht, um Mitternacht, also schwärzeste Nacht, hätten die Angeklagten keinerlei Anhaltspunkte dafür gehabt, auf einen positiven Ausgang hoffen zu können. Da merkt man gleich, das ist natürlich eine sehr juristische Argumentation. Bei der bewussten Fahrlässigkeit wird nämlich normalerweise verlangt, dass man nicht einfach nur behauptet, ich habe auf einen guten Ausgang vertraut, sondern man muss irgendwelche Anhaltspunkte dafür haben, dass es auch quasi gut gehen kann. Und da sagt jetzt die Kammer, nee, das war Quatsch. Die objektive Gefährlichkeit ihres Tuns war viel zu groß. Das muss man natürlich sagen, mit 170 auf der Autobahn ist schon arg schnell, mit 170 über den Kuhdamm, also meine Güte. Ja, und letztlich natürlich gibt es dann noch so einen logischen Catch, wenn man sagt, liebe Leute, ihr habt damit gerechnet, ihr bringt jemanden um, dann muss man natürlich auch in Rechnung stellen, dass sie dann ja möglicherweise auch sich selber in Lebensgefahr gebracht haben. Und da sagt die Kammer, das spricht nicht gegen dieses Billigen eines tödlichen Erfolgs. Das Stechen war ihnen so wichtig, dass sie ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben. Klingt erstmal absurd, aber gut, es gibt ja auch S-Bahn-Surfer, die wissen halt auch, dass sie sterben können. Aber sag mal, wenn das jetzt heißt Mord, da müssen doch immer diese Mordmerkmale erfüllt sein. Ja, ganz genau. Das ist ja so die Unterscheidung zwischen Mord und Totschlag. Also die vorsätzliche Tötung eines Menschen ist normalerweise ein Totschlag, aber wenn dann dazukommen noch bestimmte Mordmerkmale, dann wird eben der Totschlag in Anführungsstrichen juristisch abgegradet zum Mord. Und hier hat die Kammer sogar drei Mordmerkmale angenommen, nämlich gemeingefährliche Mittel, Heimtücke. Also ein Auto mit 170 durch die Stadt, Heimtücke, warum Heimtücke? Also Heimtücke, das beschreibt eine Tötung, bei der das Opfer arg und wehrlos war. Also insbesondere aufgrund der Arglosigkeit, weil er sich nämlich keines Angriffs versah, wehrlos war. Das finde ich persönlich relativ überzeugend, denn dieser 69-jährige Autofahrer, der bei Grün auf eine Kreuzung fährt, der geht natürlich nicht im Traum davon aus, dass ihm da irgendwas zustoßen könnte. Das finde ich eine relativ plausible Argumentation, dass der tatsächlich arglos war und auch infolge dieser Arglosigkeit wehrlos. Zugleich sagt die Kammer, niedrige Beweggründe. Ja, das sind also juristisch solche, die sittlich auf tiefster Stufe stehen, geradezu verächtlich sind. Das kann man, glaube ich, auch vertreten zu sagen, wer einfach nur um eines Autorennens willen, ja, letztlich um eines Spieles willen oder eines, in Anführungsstrichen, sportlichen Wettstreits willen, andere Menschen in Lebensgefahr bringt, der handelt sicherlich verächtlich, finde ich persönlich auch plausibel. Bei den gemeingefährlichen Mitteln bin ich etwas skeptisch. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie geht das Ergebnis aus? Gemeingefährliche Mittel, klar, immer ganz schwierig, was dazu zu sagen, wenn man die Akten nicht kennt. Aber da wird normalerweise ja verlangt, dass quasi, dass der Täter sich eines Mittels bedient, dessen Erfolg er nicht kontrollieren kann und wo er insbesondere auch nicht weiß, wie viele Menschen dabei zu Tode kommen. Und das nachts um Mitternacht auf dem Kudamm. Die Kammer sagt, da waren auch zu der Zeit oder auch zu der Zeit seien da häufig noch viele Leute unterwegs. Aber ob man den Vorsatz dafür wirklich sauber nachgewiesen bekommt, da bin ich mal sehr gespannt auf die schriftlichen Urteilsgründe. Es ist ja auch so, dass es ja noch nicht rechtskräftig ist. Also, die Verteidiger haben Revision eingelegt. Das heißt, der Bundesgerichtshof muss jetzt noch mal entscheiden. Ja, das ist ja selbstverständlich. Also, eine lebenslange Freiheitsstrafe, die nimmt man natürlich nicht hin. Da hofft man natürlich, dass da noch was geht. Denn das bedeutet ja mindestens 15 Jahre Strafvollzug. Also, das kauft natürlich niemand. Deswegen hat einer der Verteidiger quasi am selben Tag angekündigt, Revision einzulegen oder meine sogar hätte schon Revision eingelegt. Genau, wie du sagst, Philipp. Jetzt muss der BGH noch mal entscheiden. Wie gesagt, wenn du mich fragst, was dabei rauskommt, ist es wirklich sehr schwer. Aber bei den gemeingefährlichen Mitteln bin ich etwas skeptisch. Ansonsten klingt die Argumentation ausweislich der Pressemitteilung. Ja, mehr haben wir ja noch nicht. Ausweislich der Pressemitteilung. Sehr sorgfältig. Ich bin gespannt, ob es diesmal hält. Wir müssen diese Woche noch mal über den Klimaschutz in Deutschland. Ja, wollen wir nicht noch zwei Sätze dazu sagen, was wir für ein Urteil halten? Also jetzt mal abgesehen vom Einzelfall. Ja, können wir machen. Also ich finde nämlich ehrlich gesagt, das ist ein ganz wichtiges Symbol. Man muss sich das mal überlegen. Also wahnsinnig riskantes Autofahren hat es vermutlich immer schon gegeben. Ich weiß nicht, ob es auch immer schon solche Rennen gab. Manche behaupten ja, diese Rennen hätten zugenommen. Aber trotzdem extrem riskantes Autofahren, wo eben auch viele Menschen gefährdet werden, ist jetzt als solches keine neue Erscheinung. Und insofern finde ich es schon ein Zeichen für einen vielleicht doch einsetzenden Kulturwandel, was so eine gewisse Blindheit gegenüber den Risiken des Autoverkehrs angeht. Also wenn man sich das mal anschaut, wie normalerweise Verstöße im Verkehr milde behandelt werden im Vergleich zu vielen anderen Regelverstößen. Dann konnte man ja schon den Eindruck gewinnen, also der Verkehr hat so ein, oder was im Verkehr passiert, das begründet automatisch mildernde Umstände. Und da finde ich, da markieren doch Verurteilungen wegen Mordes eine gewisse Abkehr von diesem Wegschauen, von dieser Laissez-faire-Mentalität gegenüber Straßenverkehrsdelikten. Und insofern, ich sehe diese Entscheidung jedenfalls von der Wirkung her, von der Botschaft her ausgesprochen positiv. Wie gesagt, juristisch ist das immer ganz schwer zu beurteilen, ohne die Akten zu kennen. Und deswegen will ich jetzt auch nicht sagen, dass es richtig ist, im konkreten Fall diese Angeklagten zu verurteilen, so plausibel ich die Begründung aus der Pressemitteilung auch finde. Aber ich finde die Botschaft, ehrlich gesagt, sehr positiv, dass eben auch eine Straße letztlich kein Spielplatz und keine Rennstrecke ist. Ja, ich glaube, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das hast du schön formuliert. Das kann ich unterschreiben. Das tue ich jetzt hiermit. Kommen wir also doch zum nächsten Thema. Klimaschutz in Deutschland. Wie gesagt, wir haben da schon oft drüber geredet, die Emissionen gehen kaum zurück. Diese Woche kam also das Umweltbundesamt mit einem Jahresbilanz in Sachen erneuerbare Energien um die Ecke aus 2018. Und turns out, auch die neuen erneuerbaren Energien kommen nicht so schnell voran, wie sie eigentlich müssten. Beim Strom sieht es ganz gut aus. Da haben wir 38 Prozent quasi der Stromerzeugung ist aus erneuerbaren Energien. Vor allen Dingen auch, weil die Sonne so viel geschehen hat im letzten Jahr. Bei der Wärme allerdings, also Gebäude etc., da sind es mehr oder weniger konstant in den letzten Jahren 14 Prozent. Und beim Verkehr ist es auch kaum gewachsen mit den erneuerbaren Energien. Nur 5,6 Prozent der Energie sozusagen, die dort verbraucht wird, kommt aus Erneuerbaren. Und das passt, sagen wir mal, zu dem Bild, auf dem wir auch schon rumgeritten sind. Vor allem, vor allem, vor allem der Verkehr in Deutschland. Da muss endlich was passieren. Wir müssen diese, das ist Ziel der Bundesregierung, haben sich selber in so einen Klimaschutzplan gesetzt, bis 2030, in den nächsten zwölf Jahren, sollen 42 Prozent die Emissionen um 42 Prozent sinken im Vergleich zu 1990. Zuletzt sind sie gestiegen. Und deswegen hat jetzt das Bundesverkehrsministerium eine Kommission eingerichtet. Die hat jetzt zum letzten Mal getagt. Und deren Ziel war, herauszufinden, wie können wir denn dieses Ziel erreichen? Wie kommen wir in den nächsten zwölf Jahren von heute, Pi mal Daumen, 170 Millionen Tonnen CO2 auf 100 Millionen Tonnen CO2 in zwölf Jahren? Und finde ich ja okay, Kommission saßen dann halt drin, die üblichen Verdächtigen, die halt da mitspielen. BDI, also der größte Industrielobbyverband in Deutschland, Deutsche Städtetag. Diese ganzen Lobbyistengruppen für diese ganzen verschiedenen Interessenvertreter. IG Metall, also die Gewerkschaften, die Deutsche Bahn, der BUND, Umweltschutzgruppe, Fahrradclub, ADFC, Mineralölwirtschaft, natürlich die Autoindustrie mit dem Verband Deutscher Automobilindustrie, Naturschutzbund, NABU und Allianz Pro Schiene, also so eine Pro-Bahn-Organisation und der ADAC. Sie saßen also alle drin und haben getagt und sollten das finden und haben jetzt ihren Bericht wohl vorgelegt. Und das Ergebnis, muss man sagen, ist mangelhaft. Denn das, was sie da an Maßnahmen aus Baldurwart haben, was die Regierung dann machen könnte, sollte, das reicht allenfalls so ungefähr für die Hälfte dessen, was man halt reduzieren müsste. Also von 170 Millionen Tonnen auf 100 Tonnen, 100 Millionen Tonnen runter. Da fehlen also 30 Millionen Tonnen. Vereinbart haben sie relativ, sagen wir mal, banale Geschichten, dass halt bis 2030 10 Millionen Elektro-Pkw rumfahren sollen. Solche Quoten hatten wir schon mal, haben wir alle gerissen. Dann sollen mehr regenerative Kraftstoffe entwickelt werden. Das will natürlich die Autoindustrie, damit sie irgendwie ihre Autos weiterverkaufen kann, ohne große Umstände zu machen. Die Bahn soll billiger werden, reduzierte Mehrwertsteuer. Das sind alles Empfehlungen. Der Nahverkehr soll finanziert werden. Aber zum Beispiel bei dieser wichtigen Frage CO2-Bepreisung. Da sagen sie nur, die Regierung soll mal drüber nachdenken. CO2-Bepreisung ist ganz, ganz zentral. Wir haben das zum Teil schon in einigen Industriebereichen mit diesen Emissionen, mit diesem Zertifikatehandel. Du musst ja Zertifikate kaufen, damit du CO2 ausstoßen darfst. Aber für ganz viele Bereiche in unserer Gesellschaft gilt das nicht. Da kostet CO2 nichts. Gebäude, Wärme, Landwirtschaft, Verkehr. Und da ist es wirklich an der Zeit, eine CO2-Steuer einzuführen. Einfach, dass es was kostet, wenn du eine Tonne CO2 ausstoßt. Das würde das Benzin teurer machen. Das würde das Heizen teurer machen, wenn du es mit fossilen Brennstoffen tust. Also das wäre schön gewesen, wenn die das richtig mal gefordert hätten. Jetzt soll die Regierung darüber nachdenken. Ja, aber Philipp, ganz ehrlich, ich muss noch mal bei diesem Kommission einhaken. Denn ich meine mal ganz ehrlich, wir hatten vor einigen Wochen den Abschlussbericht der Kohlekommission. Und wir wissen alle, es hat fast einen Konsens gegeben. Irgendwie konnten sich fast alle in dieser Kommission einigen. Aber das Ergebnis ist eben auch ein Minimalkompromiss. 2038, je das letzte Kohlekraftwerk vom Netz, mit anderen Worten, auch da wird viel mehr CO2 ausgestoßen weiter im Bereich der Gewinnung elektrischer Energie, als wir uns das eigentlich leisten können nach unserem CO2-Budget. Das heißt also, die Kohlekommission findet zwar einen Konsens, der auf breiter gesellschaftlicher Grundlage steht. Wenn man jetzt mal nicht so genau hinterfragt, wer da alles drin saß. Aber dieser Kompromiss ist auch letztlich viel zu weich. Und im Grunde erleben wir doch einfach dasselbe jetzt nochmal. Es gibt wieder eine Kommission. Man versucht letztlich, und das finde ich das Entscheidende, man versucht letztlich die politische Verantwortung in der großen Koalition, eben als Regierung auf Bundesebene, abzuschieben in irgendwelche Kungelrunden, die dann aber surprise, surprise zu Ergebnissen kommen, die objektiv eigentlich nicht hinreichend sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Philipp, ist denn nicht das eigentliche Problem die Führungsschwäche der großen Koalition, dass die sich eben einfach nicht einigen können und dass die eben einfach nicht die richtigen Signale setzen? Ja, also das spielt sicherlich eine Rolle. Ich finde, also um da vorne anzufangen, ich finde diesen Ansatz mit den Kommissionen an sich vertretbar, dass man sagt, wir holen mal sozusagen diese ganzen Interessenvertreter an einen Tisch und die sollen mal aufschreiben. So, ja, was es da so für Punkte gibt. Der Punkt ist nur, eigentlich, hast du recht, eigentlich liegen die ganzen Maßnahmen auf dem Tisch, die sind bekannt, ja, was man tun müsste, um von dieser Quote runterzukommen. Und ja, also wenn du dann so jemanden hast wie Andreas Scheuer im Verkehrsministerium, der eigentlich schon während diese Kommission noch tagt, ihnen sagt, ja, pass mal auf, da könnt ihr schön tagen, aber Tempolimit, davon will ich schon mal gar nichts hören. Weil der ist ja geisteskrank. Der ist ja geisteskrank oder gegen die gesunden Menschen. Ja, gegen so Menschen. Das hat er gesagt. Also da ist natürlich klar, dass die Lobbyisten der Autoindustrie natürlich da gestärkt in dieser Runde sitzen und wissen, was sie fordern. Kommt eh nicht. Das kommt eh nicht, ja. Und sie wissen, sie haben die Rückendeckung von Feinstaub, Andi. Und das ist klar, also dass dieser Minister da völlig fehl am Platz ist und nicht in der Lage, weiß ich nicht, aber zumindest nicht willens, ein wirklich, sagen wir mal, klimafreundliches Verkehrskonzept zu schmieden. Was auch die Autoindustrie in die Pflicht nimmt und da wirklich einen Systemwandel herbeiführt mit mehr Nahverkehr, einer besseren Verzahnung, weniger Autos in den Städten etc. Das ist das eine. Aber das würde ich auch sagen, am Ende läuft es draus raus, wenn die Kommission es nicht schafft, wenn der Minister nicht will, dann muss Merkel das eben machen. Und es gibt kein Konzept. Sie ist nicht willens, das durchzusetzen. Warum auch immer, ja, keine Ahnung. Aber da fehlt wirklich jede Vision. Und von der SPD kommt natürlich auch nichts. Also das ist richtig, von allen drei GroKo-Parteien kommt überhaupt keine Vision. Aber ich finde, es ist auch ein Problem, wenn man das jetzt zu sehr fokussiert auf Angela Merkel. Klar, sie hat die Richtlinienkompetenz, sie könnte bestimmte Richtlinien vorgeben. Aber ich finde einfach, da ist doch die ganze Regierung in der Verantwortung und letztlich auch die Fraktionen des Bundestages. Und zwar alle. Natürlich vor allem die Fraktionen, die die Regierung tragen. Aber es sind letztlich alle in der Pflicht. Denn das Problem bei diesen Kommissionen ist aus meiner Sicht ein Doppeltes. Zum einen führen solche breiten Kommissionen automatisch notwendigerweise zu einer Politik der Trippelschritte. Du kannst halt einfach mit so einer, auf so einer ganz breiten Grundlage, wo irgendwie tausend verschiedene Interessen zustimmen müssen, kannst du nicht in eine ganz bestimmte Richtung entschieden marschieren. Das heißt also, dass solche Kommissionen produzieren automatisch Stillschand oder Trippelschritte, aber ganz bestimmt keine klare politische Linie. Das ist quasi Gott gegeben in solchen Kommissionen. Wenn wir den Atomausstieg über eine Kommission gemacht hätten, wäre er nie gekommen. Genau, das ist ein schönes Gegenbeispiel. Atomausstieg oder auch die Aussetzung der Wehrpflicht wäre natürlich in so einer Kommission niemals gekommen. Da hätte immer irgendwer Bedenken geübt. Das ist das eine Problem. Das heißt, wenn du eine Kommission einsetzt, dann legst du dich schon mal darauf fest, dass einfach wenig rauskommt. Vielleicht ein schönes Papier, aber ganz wenig konkrete Politikgestaltung. Und das zweite ist, dass du mit diesem Einschalten von Kommissionen letztlich den politischen Diskurs lahmlegst. Denn du verlagerst den politischen Diskurs von den Ebenen, wo er hingehört. Bundestag und Medien und Öffentlichkeit hinein in irgendwelche Hinterzimmerrunden, wo dann die Argumente ausgetauscht werden. Und das Problem ist, dass du dann eben keine politische Verantwortlichkeit mehr hast. Wenn du im Bundestag dich für oder gegen eine bestimmte Position aussprichst, dann wird das gefilmt, dann wird das hoffentlich in der Presse berichtet, dann wird das vielleicht auch noch getwittert oder auf Facebook verbreitet. Jedenfalls kann es dann irgendwie Einfluss haben auf eine Wahlentscheidung. Weißt du, was aber irgendein Verbandsvertreter in irgendeinem Hinterzimmer eines Luxushotels bei der Sitzung der Kohlekommission oder der Energiekommission oder der Verkehrskommission da von sich gibt, das ist einfach letztlich frei von jeder politischen Verantwortung, weil der Typ es ja noch nicht mal gewählt ist. Mit anderen Worten, das ist aus einer demokratischen Perspektive ist es eine blanke Katastrophe, dieses ständige Einsetzen von Kommissionen und dann natürlich auch dieser Eindruck, der da erweckt wird, dass dann halt diese Beschlüsse von Kommissionen quasi eins zu eins umgesetzt wird. Wenn man sich nur beraten lassen würde von so Kommissionen, dann würde ich ja noch sagen, d'accord. Aber das passiert ja nicht. Die Politik tut ja so, als sei sie gleichsam gezwungen, dann solche Kompromisse eins zu eins umzusetzen. Also bleiben wir beim Beispiel Kohlekommission. Nur weil die sagt, 2038 muss doch die Bundesregierung das nicht umsetzen. Die könnte doch auch sagen, nee, wir haben uns in Paris auf ganz andere Ziele festgelegt. 2030 ist das absolut Letzte, was geht. Passiert aber nicht. Insofern, Philipp, glaube ich, da muss man einfach deutlicher Kritik üben an diesem Kommissionsunwesen. Da stimme ich dir zu. Das finde ich überzeugend. Aber das innehlt natürlich nichts daran, dass man natürlich auch einzelne Ergebnisse noch kritisieren muss. Da wollte ich jetzt nicht mehr Wort abnehmen. Aber ich wollte einen allgemeinen Punkt noch machen. Nee, da hast du recht. Das finde ich auch. Deswegen, wie gesagt, muss man jetzt auf die einzelnen Punkte, das war ja auch im Prinzip durch, viele Sachen haben sie sich einfach nicht einigen können. Und das ist einfach ein ganz gutes Beispiel für ein größerer, tiefer liegendes Politikproblem, in dem sich die Regierung quasi aus der Verantwortung stiehlt, die Debatte in Hinterzimmer verbannt und dann so tut, als wäre sie daran gebunden. Ja, und das bedeutet halt einfach, es geht nichts voran. Mal ganz ehrlich, diese GroKo-Zeit, also man kann ja nicht sagen, dass gar nichts beschlossen wird. Ja, aber in den großen Punkten, in diesen wirklichen... Wir haben jetzt das Gute-Kita-Gesetz. Ja. Wir haben das Gute-Kita-Gesetz. Nice. Ist eine schöne Sache. Wir haben das, ich sage jetzt mal, Gute-Mieten-Gesetz, ja. Naja, also ein paar Sachen werden ja schon beschlossen, aber die zentralen Zukunftsfragen werden weiter vor die Wand gefahren. Wobei, Philipp, das wird uns alles wieder viel Kritik einbringen. Es gibt ja inzwischen ein paar begeisterte Autofahrer, die uns auch böse Kommentare in unser Blog schreiben, wir würden zu viel auf den Autofahrern rumhacken. Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, es geht mir überhaupt nicht um die Autofahrer, sondern es geht mir um die politische Steuerung. Ich kann total verstehen, dass es Lebenssituationen gibt, wo man auf Individualmobilität angewiesen ist, ja. Wir haben gut reden in der Stadt, ne. Also das sollte an dieser Stelle nochmal ganz klar gesagt werden. Wir können fast alles mit dem Fahrrad machen oder mit einem kleinen Elektroscooter. Ich habe völliges Verständnis dafür, dass man in anderen Regionen Deutschlands darauf angewiesen ist, Auto zu fahren. Das bitte, um das wirklich nochmal klar zu sagen, es geht uns überhaupt nicht darum, auf Autofahrern rumzukloppen, sondern es geht uns darum, dass die Automobilindustrie umweltfreundlichere Autos bauen muss und die Regierung muss die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Das ist eine ähnliche Diskussion wie bei dem Urheberrechtsgesetz. Niemand will den Urhebern ihr Geld wegnehmen, niemand will die Verwerter vernichten. Wir sind selber Urheber. Sondern es geht um einen Interessenausgleich. Es geht einfach darum, dass man den Rahmen für das Autofahren, den Preis etc., diesen ganzen Modus verändert. Niemand will die Autos abschaffen. Aber so, wie es jetzt läuft, geht es nicht weiter. So geht es nicht weiter. Und Punkt. Apropos Bundesregierung, Philipp. Genau. Nächstes Thema? Nächstes Thema. Nächstes Thema. Wir haben nämlich noch eine rechtliche Entscheidung dieser Woche zu melden. Der Bundesgerichtshof hat einen interessanten Beschluss gefasst zum Untersuchungsausschuss in Sachen Breitscheidplatz. Genau. Breitscheidplatz. Wir erinnern uns, das Attentat um Weihnachten rum mit, glaube ich, zwölf Toten oder sowas. Und die Opposition, also da gibt es ja jetzt auch einen Untersuchungsausschuss dazu. Und die Opposition vermutet, dass es Fehler bei den Geheimdienstseinschaften gab und dass der Bundestag nicht zeitgerecht, umfassend und zutreffend informiert wurde. Und deswegen will die Opposition Akten einsehen, die bisher nur dem parlamentarischen Kontrollgremium vorgelegen haben. Ja, ganz genau. Das parlamentarische Kontrollgremium ist so eben ein Gremium des Bundestages, das die Aufgabe hat, zu schauen, also eins der diversen Gremien. Da gibt es ja auch eine totale Kompetenz, Zersplitterung leider. Aber das PKGR ist eben eins der Gremien des Bundestages, neben der G10-Kommission zum Beispiel, das die Aufgabe hat, zu schauen, ob bei den Geheimdiensten alles mit rechten Dingen zugeht. Genau. Genau. Und daher wollte die Opposition das einsehen. Und die Bundesregierung will die aber nicht rausrücken. So ist es. Die Ausschussmitglieder Martina Renner von den Linken, Benjamin Strasser von den Freien Demokraten und Konstantin von Notz von Bündnis 90 Die Grünen hat einen Antrag gestellt, diese Akten zum Thema Breitscheidplatz dem Untersuchungsausschuss vorzulegen. Und auf den ersten Blick muss man sagen, klar, ja, ich meine, was soll denn der Sinn eines Untersuchungsausschusses sein, der eben diese mögliches Geheimdienst versagt und eine mögliche schlechte Informationspolitik der Bundesregierung aufklären soll. Wie soll der seine Arbeit machen, wenn die entscheidenden Akten nicht vorgelegt werden? Also ich finde diesen Antrag, ehrlich gesagt, total plausibel. Jenseits aller Rechtsfragen. Aber auf der politischen Ebene ist der erstmal total plausibel. Die Bundesregierung hat den Antrag trotzdem abgelehnt. Daraufhin haben Grüne, Linke und FDP einen Antrag beim Ermittlungsrichter des BGH gestellt. Da kann man sich fragen, wieso ist der Ermittlungsrichter des BGH dafür zuständig? Na, das liegt daran, dass diese Untersuchungsausschüsse arbeiten nach dem PUAG. Das ist das Gesetz über die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse. Und das PUAG ist in gewissen Teilen der Strafprozessordnung nachgearbeitet. Das heißt also, die Beweisaufnahme nach dem PUAG in die solchen Untersuchungsausschüssen hat gewisse Ähnlichkeiten mit der Beweisaufnahme in einem Sprafverfahren. Und deswegen hat sich der Gesetzgeber dafür entschieden, dass in Streitfällen nicht etwa zum Beispiel das Verwaltungsgericht zuständig ist oder direkt das Bundesverfassungsgericht oder so, sondern es ist zunächst mal der Ermittlungsrichter des BGH zuständig. Und da haben Grüne, Linke und FDP diese drei Abgeordneten auch gewonnen. Der Ermittlungsrichter meinte nämlich auch, nein, dieser Antrag, die Akten beizuziehen, der hätte nicht abgelehnt werden dürfen. Und da gegen diesen Beschluss des Ermittlungsrichters hat aber die Mehrheit, der Ausschuss formal, aber das wird nicht getragen von der Mehrheit der Großen Koalition, Rechtsmittel eingelegt. Und nun hat ein ganzer BGH-Senat entschieden, wie es denn steht, um diesen Antrag die Akten beizuziehen. Und der Senat hat da die Sicht des Ermittlungsrichters und der Opposition unterstützt und entschieden, diese Beweiserhebung, Aktenbeiziehung ist zulässig. Und deswegen muss auf Antrag der Minderheit im Ausschuss, nämlich eben dieser drei Abgeordneten, diese Beweiserhebung auch stattfinden. Und insbesondere, das war nämlich das Argument der Regierung, insbesondere ist diese Aktenbeiziehung nicht etwa wegen der Heimlichkeit der Beratungen in einem ganz anderen Gremium, nämlich dem Parlamentarischen Kontrollgremium, unzulässig. Das war das Allerbeste an der ganzen Nummer. Das Argument der Regierung war allen Ernstes, ihr dürft diese Akten nicht im Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz beiziehen, weil in einem ganz anderen Ausschuss, diesem PKGR, nämlich Geheimhaltung gilt. Das heißt also, nur weil Ausschuss A unter Geheimhaltung steht und die Mitglieder dieses Ausschusses nicht plaudern dürfen, darf Ausschuss B die Akten nicht beiziehen. Das ist eine Logik. Und das heißt also, die kriegen jetzt diese Akten, die sie beantragt haben? Ja, also jetzt muss erst mal noch der Ausschuss diesen Antrag tatsächlich, diesem Antrag quasi stattgeben und die Akten beiziehen. Der Bundesgerichtshof hat da an dieser Stelle quasi nicht durchentschieden. Also er hat nicht angeordnet, dass die Akten beigezogen werden, sondern er hat den Ausschuss verpflichtet, das zu tun. Der BGH sagt, er geht davon aus, dass sich der Ausschuss nun nach Recht und Gesetz verhalten wird und von alleine diese Akten beiziehen wird. Und wir haben jetzt mal ein Statement dazu eingeholt von den betreffenden Antragstellern. Und zuerst ist das Konstantin von Notz von den Grünen. Ja, die Entscheidung des BGH ist sicherlich ein ganz wichtiger Schritt für die Aufklärungsarbeit bei uns im Untersuchungsausschuss. Es ist völlig klar, dass die Bundesregierung nach diesem Anschlag die Karten eben nicht alle auf den Tisch gelegt hat, sondern hier mit Verzögerungstaktik und Kleinreden arbeitet. Und bedauerlicherweise hat die Große Koalition im Untersuchungsausschuss dieses Spiel allzu oft mitgemacht und ihre Kontrollfunktion wirklich sträflich vernachlässigt. Und es ist im Hinblick auf die Hinterbliebenen, aber auch die Aufklärungsarbeit im Ausschuss selbst sehr zu hoffen, dass dieses Urteil jetzt eine Zäsur ist und auch CDU, CSU und SPD motivieren, hier die Aufklärungsarbeit entschlossen voranzubringen. Und auch Martina Renner von den Linken begrüßt die Entscheidung des Bundesgerichtshofs natürlich. Der Plan der Regierung, für den Untersuchungsausschuss relevante Informationen zu verstecken und damit die Aufklärung zu blockieren, ist mit dem Beschluss des Bundesgerichtshofes gescheitert. Das ist für uns ein deutliches Signal. Transparente und ehrliche Aufklärung lässt sich nicht mit den Winkelzügen der Geheimhaltung aufhalten. Wir sagen jetzt ganz klar in Richtung SPD und CDU, die Blockade muss aufhören und die Rechte der demokratischen Opposition im Parlament müssen geachtet werden. Ja, so sieht es aus. Gute Entscheidung. Die Opposition muss in so einem Untersuchungsausschuss Akten beiziehen können, die sie für relevant hält. Ja, finde ich persönlich auch eigentlich einen ziemlich klaren Fall. Ich habe mich, also politisch kann man das verstehen, aber rechtlich versteht man nicht so ganz, wieso man da jetzt ernsthaft noch so lange drum diskutieren musste. Denn, mal ganz ehrlich, das sieht doch auch einfach total blöd aus nach außen. Also ich meine klar, die Regierungsfraktionen tragen die Regierung, aber man gibt sich doch auch als Abgeordneter oder als Abgeordnete selbst irgendwie auf, in seinem Anspruch, als unabhängiger Abgeordneter die Regierung zu kontrollieren, wenn man aktiv daran mitwirkt, dass sich die Regierung in diesem Fall einen Geheimdienst nicht in die Karten schauen lassen muss. Ich muss gestehen, ich stehe da wirklich so ein bisschen vor einem Rätsel, wie das sein kann. Wir kommen, wie angekündigt, zum Brexit-Thema. Wie ist denn die Lage? Also ich glaube, wir müssen kurz nochmal da ansetzen, wo die letzte Lage geendet hat. nämlich da waren wir im Abend aufgenommen, als in Brüssel die Staats- und Regierungschefs zusammensaßen und überlegt haben, was machen wir denen jetzt, was bieten wir denen jetzt an. Die Minister, die UK hatte ja beantragt eine Fristverlängerung und das haben wir dann nicht mehr gemeldet. Die gab es dann auch, allerdings mit einer Bedingung. Die Staats- und Regierungschefs haben beschlossen, ihr scheidet nicht am 29. März aus, sondern am 22. Mai, wenn ihr dem Vertrag, den wir ausgehandelt, zustimmt. Wenn ihr dem Vertrag nicht zustimmt, dann seid ihr am 12. April raus. So, das ist sozusagen der Stand, mit dem wir heute in die Parlamentsdebatte in London gegangen sind, denn heute ist Mittwoch, Mittwochabend. Und da haben die Ereignisse wieder eine neue Dynamik bekommen. Ja, ganz genau. Theresa May kämpft weiter wie eine Löwin für den Brexit-Deal. Da muss man immer dazu sagen, dieser Brexit-Deal ist, ehrlich gesagt, ja eben gerade noch kein richtiger Austrittsvertrag. Er ist zwar 500 Seiten lang, aber ganz viele entscheidende Fragen werden verschoben. Das sollte man immer dazu sagen. Deal klingt so, als wenn mit diesem Deal dann alle Fragen geklärt wären. Das ist beileibe nicht der Fall. Aber gut, jedenfalls enthält dieser Brexit-Vertrag, dieser Brexit-Deal eine ganze Reihe von Übergangsregelungen. Das wäre also der Vorteil immerhin gegen einen Austritt ohne Deal, dem No-Deal-Brexit, wo einfach gar nichts richtig klar wäre. Eigentlich wäre das auch eine zweijährige, eigentlich wäre das so eine Art zweijähriger Aufschub, wo man ganz wesentliche Fragen nochmal verhandeln muss. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also da würde, da wäre wieder ganz vieles ungeklärt und würde im Wesentlichen erstmal nur verschoben. Aber Theresa May hat ja in diesen ganzen Brexit-Verhandlungen, wenn man ehrlich ist, nicht so wahnsinnig viel an Erfolgen vorzuweisen. Aber immerhin hat sie diesen Deal ausgehandelt, auch wenn er viele Fragen offen lässt und viele Probleme aufwirft. Und dieser Deal soll jetzt unbedingt durchgeboxt werden. Und dafür bietet sie sogar ihren Kopf. Theresa May hat heute im Parlament angekündigt, nicht, sondern es war so im Hintergrund gesprochen oder sowas, also in der Fraktion. Also mehrere Zeiten berichten lassen. Aber jemals hat sie heute angeboten, hat sie angeboten, dass sie bereit ist zurückzutreten vom Amt des Premierministers, wenn das Parlament doch noch in einer dann eventuellen dritten Abstimmung über diesen Vertrag dem Brexit-Deal zustimmt. Sie sagt nämlich, sie sei durchaus in der Lage zu erkennen, dass es auch in der Regierungsfraktion der Tories einen starken Wunsch gibt nach einem Change of Leadership. Also nach einem Wechsel an der Spitze. Genau. Und jetzt war natürlich die Frage, dritte Abstimmung, geht das denn noch? Daran war das doch zuletzt gescheitert. Und es ist wohl offensichtlich so, dass die EU und Großbritannien in Straßburg ja mal so ein bisschen informelle Einigung oder Klarstellung von Selbstverständlichkeiten eigentlich zu dieser Backstop-Lösung mal zu Papier gebracht hatten. Und dieses Papier ist jetzt wohl offizieller Teil oder Anhang dieses Vertrages. Deswegen dürfte er dem Speaker in Großbritannien als neue zu verkaufen sein und deswegen würde er wohl auch eine dritte Abstimmung zulassen. Das hofft man jedenfalls. Das ist so Mays Kalkül. Aber Stichwort Speaker. Also das Parlament hat jetzt jedenfalls angesichts dieses, muss man einfach sagen, krassen Führungsversagens von Theresa May auf den letzten Metern das Heft des Handels an sich gerissen. Wie gesagt, die Uhr tickt nicht mehr ganz so krass. Der 29. März als Ausstiegstermin ist vom Tisch. Aber die Verlängerung gilt ja erstmal nur bis zum 12. April. Insofern ist der Zeitdruck weiterhin enorm. Und das Parlament hat jetzt das Heft des Handelns an sich gerissen. Es gibt nämlich in der Mitte des Parlaments in Westminster eine Fülle von Ideen, wie jetzt weiter vorgegangen werden könnte. Insgesamt 16 Anträge aus der Mitte des Parlaments sind beim Speaker eingegangen, über die man grundsätzlich mal abstimmen könnte. Und Speaker Barlow hat nun acht Anträge ausgewählt, acht Konzepte, acht Thesen, wie es weitergehen kann mit dem Brexit. Und nun soll im Laufe des heutigen Abends in Abstimmungen geklärt werden, welchen Rückhalt diese acht Pläne jeweils haben. Das heißt, es geht jetzt also nicht darum, direkt irgendwelche Gesetze zu beschließen, sondern es soll einfach über diese acht Pläne abgestimmt werden, mit dem Ziel herauszufinden, ob die im Parlament viel oder wenig eine Mehrheit haben. Genau. Und wahrscheinlich, also das ist so ein bisschen unklar, ob die heute Nacht noch fertig wären oder ob das morgen noch weitergeht. Deswegen warten wir nicht so lange, sondern es macht durchaus Sinn, mal die Option durchzukaspern und zu gucken, wo dann das, was die da auch immer heute abstimmen, so reinpassen würde. Also wir haben gesagt, wenn es also nochmal, wenn May sich durchsetzen sollte und es nochmal zu einer Abstimmung über den Vertrag kommt und sie auch die Mehrheit bekommt, was gerade ein bisschen unwahrscheinlich ist, dann ist das Szenario klar, dann gibt es am 22. Mai einen Austritt aus der EU und es wird dann halt zwei Jahre weiter verhandelt, wie es dann so weitergehen soll, ebenso wie dieser Deal das vorsieht. Falls das nicht klappt und May eben nicht sich durchsetzen kann und es keine Abstimmung über diesen Deal gibt bis zum 14. April, bis zum 12. April, dann gibt es im Kern vier weitere Optionen. Das eine ist die neue Frist, also dann geht es sozusagen bis zum 12., dann ist der Austritt am 12. April und dann ist der eine Option, es gibt einfach keinen Deal und ihr tretet am 12. April aus. Peng. Wenn es bis dahin dann doch noch eine Zustimmung geben sollte, dann eventuell Austritt am 22. Mai. Es kann auch sein, das ist ein bisschen unklar, dann gibt es die dritte Option, Exit from Brexit, das gibt es ja auch noch, dass man sagt, wir ziehen diesen Antrag zurück. Wir treten nicht aus der EU aus, das will aber keiner, weil das, also May schon gar nicht, weil sie das als Verrat sozusagen an diesem ersten Votum empfinden würde. May ist aber vielleicht auch nicht die entscheidende Person. Das muss man einfach sagen, Theresa May hat einfach null Autorität mehr, das kann man glaube ich feststellen, niemand hört mehr auf irgendetwas, was sie sagt, einfach nur weil sie es sagt, sondern wenn überhaupt, müssen die Vorschläge aus sich heraus überzeugend sein. Sie kann gar nichts mehr durchboxen. Das ist ja letztlich der Hintergrund auch dieser Abstimmungsrunde im Parlament. Das Parlament hat letztlich festgestellt, diese Premierministerin hat einfach keine Führung mehr. Deswegen müssen wir als Abgeordnete dasselbe machen und das ist im britischen Parlamentarismus eine sehr ungewöhnliche Erscheinung. Normalerweise stimmt das Parlament vor allem über Vorlagen der Regierung ab. Also das ist schon wirklich eine ziemliche Sensation, dass das Parlament derart deutlich der Regierung sagt, Leute, so geht es nicht. Wir machen das selber. Und die vierte Option ist, es gibt einen, oder die Briten stellen einen Antrag auf einen längeren Aufschub. Also über den 12. und auch über den 22. Mai hinweg. Das würde in jedem Fall eigentlich bedeuten, dass sie an den EU-Wahlen am 23. Mai teilnehmen. Und dann ist die Frage, so wie lange wäre denn dieser Aufschub und was passiert in diesem Aufschub? Und macht die EU da überhaupt nichts? Macht die EU mit. Also machen wir Neuwahlen? Gibt es ein zweites Referendum? Gibt es sogar vielleicht Verhandlungen über einen ganz neuen Vertrag? Das sind so die drei Optionen, die bei einem längeren Aufschub auf dem Tisch liegen. Und was immer die da heute Abend jetzt auch beschließen, ist eine nicht bindende Absichtserklärung. Also wenn die da beschließen, wir wollen nicht den Deal, sondern wir wollen einen Status wie Norwegen zum Beispiel. Dann kollidiert das immer mit dem Deal. Und es wäre immer eine Ansage, eine Anfrage an die EU. Hört mal, wir wollen dem Deal nicht zustimmen. Bitte schmeißt uns aber trotzdem nicht am 12. April raus. Lasst uns noch mal reden. Lasst uns, gewährt uns eine längere Frist. Wir würden dann wahrscheinlich an den Wahlen teilnehmen. Aber zumindest können wir jetzt sagen, das Parlament würde einem Norwegen-Modell zustimmen. Das können wir euch versprechen. Lasst uns darüber reden. Und die große Frage ist halt, lässt sich die EU auf sowas ein? Denn alles, was die da jetzt bestimmen, alles, was die heute Abend beschließen, läuft diesem Vertrag entgegen. Es wäre immer eine neue Ansage an die EU. Den Vertrag wollen wir nicht, aber wir haben jetzt 10 Minuten vor Schluss oder 3 Minuten vor Schluss haben wir ein anderes Modell gefunden, das wir gerne mit euch verhandeln würden. Und da ist die Frage, ob sich die EU darauf einlässt. Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Das muss man abwarten. Und ich meine, eigentlich muss man sagen, das ist dann wiederum ein Fall des krassen Versagens von Theresa May. Denn damit hätte sie dann nämlich einfach bei den Verhandlungen mit der EU nicht richtig eingeschätzt, was in ihrem eigenen Parlament überhaupt mehrheitsfähig ist. Also ich bin da sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin vor allem sehr gespannt, wie viele Parlamentarier inzwischen Lust haben auf einen No-Deal. Denn wenn es weiterhin eine breite Mehrheit gegen einen No-Deal gibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann eine Mehrheit sagt, dann lass uns jedenfalls diesen Brexit-Prozess, diesen Artikel 50-Prozess mal canceln. Und dann müssen wir noch mal ganz neu nachdenken. Denn wenn dieser Zeitdruck erstmal raus ist, dann könnte man beispielsweise ja den Brexit-Deal, so wie er jetzt ausgehandelt ist, oder auch einen gegebenenfalls modifizierten Deal, je nachdem, was da so für eine Mehrheit im Parlament herrscht, dann auch mal wieder zu einer Volksabstimmung stellen. Wir haben ja in der vergangenen Folge mit Professor Möllers sehr schön so rausgearbeitet, fand ich, dass diese Referenten einfach ein Riesenproblem schaffen durch diese quasi parallele Legitimität, wie sich der Volkswille ausdrückt. Ich meine, du hast den Volkswille, der sich im Parlament ausdrückt, in Wahlen, und du hast auf der anderen Seite den Volkswille, der sich in einem Referendum so platt ausdrückt wie raus. Und man sieht einfach sehr deutlich, wie in diesem Beispiel Brexit, wie das nicht zusammenpasst. Das Volk sagt, wir wollen raus, aber im Parlament gibt es einfach für keinen Weg des Rausgehens und auch nicht für nicht raus eine Mehrheit. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen darf man einfach solche pauschalen Fragen nicht zu einer Abstimmung stellen, wenn überhaupt hätte man ein ganz konkretes Ausstiegskonzept einem Referendum unterziehen müssen. Und deswegen denke ich mal, es ist gar keine schlechte Idee zu sagen, man cancelt diesen Prozess, man malt ein bisschen genauer aus, wie der Brexit aussehen soll. Und zwar auch genauer als der Deal, weil der Deal, wie gesagt, auch noch vieles vertagt. Und wenn man einen wirklichen Plan hat, wie ein Großbritannien außerhalb der EU dastehen könnte, dann kann man darüber ja nochmal das Volk abstimmen lassen und dann kommt endlich mal Klarheit in diese Diskussion. Ich habe vorhin gesagt, alles, was sozusagen da abgestimmt werden könnte, würde dem Deal widersprechen. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig, weil wenn die sich zum Beispiel für ein zweites Referendum aussprechen würden, das würde ja mit dem Deal konform gehen. Da könnte man ja auch den Deal zur Abstimmung stellen. Da würden wir dann vielleicht den Deal zur Abstimmung stellen und ich könnte mir vorstellen, dass dann die EU sagt, okay, dann lassen wir uns vielleicht drauf ein. Also die große Angst, die ich habe, dass dieses Chaos auf die EU überspringt. Nee, das macht die EU aber nicht mehr. Und dass sie so einig und so geschlossen bisher agiert und so konsistent und man wusste, wie die Positionen sind, aber dass die sich da jetzt nicht auseinander die wählen lassen. Nee, da habe ich ehrlich gesagt keine Sorge. Also weißt du, wenn man sich so anschaut, was in den nationalen Hauptstädten gesagt wird zu dem Brexit-Prozess, da selbst die, wie soll ich sagen, die Extremkandidaten am Ostrand der EU sind bislang da noch völlig auf Linie. Also das immerhin tritt bisher nicht ein. Das wäre ja, dann wird es nämlich langsam wirklich eng, aber da sieht es bislang noch ziemlich gut aus. Gut, also wir... So viel zum Thema Brexit, würde ich denken. Genau, also wir gucken mal, wie die Abstimmung ausgeht und müssen halt abwarten, ob May da jetzt bis zum 12. April noch eine Abstimmung zustande kriegt. Wir bleiben. Die nächste Lage kommt ja aus London. Ich bin ja in London. Ah ja, interessant. Ja, werden wir sicherlich bei Detail. Willen wir sehen. So, wir haben noch ein ganz bisschen Feedback und zwar ein ganz kurzes Feedback zur vergangenen Folge. Und zwar hatten wir ja gesprochen über das Wahlrecht von Menschen, die unter kompletter Betreuung stehen. Zum einen aber auch über das Wahlrecht von Menschen, die aufgrund einer Entscheidung eines Strafgerichts in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind. Nach § 63 des Strafgesetzbuchs. Und da hat uns eine Zuschrift erreicht von einer Dame, die arbeitet in einer Psychiatrie und die sagt, das ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass normale psychiatrische Krankenhäuser, wo man quasi als freier Mensch hingeht, wenn man eine psychiatrische Erkrankung hat, dass die streng getrennt sind von forensischen Psychiatrien, wo eben Menschen untergebracht werden, die aufgrund einer Entscheidung eines Strafgerichts nicht in Freiheit sein dürfen. Insofern, ja, machen wir gerne, stellen wir klar, ja, die Psychiatrie für Menschen, die Straftaten begangen haben, möglicherweise allerdings im Zustand der Schuldunfähigkeit und die Psychiatrie für andere Menschen sind getrennt. Also das war nämlich das Problem, das diese Frau gesehen hat, man muss nicht Angst haben, dass man gemeinsam mit Straftätern untergebracht wird, wenn man Hilfe in einer Psychiatrie sucht. Ja, das sind also völlig getrennte Systeme, normale Psychiatrien und forensische Psychiatrien, keine Angst davor, euch Hilfe zu suchen, wenn ihr Hilfe braucht auf diesem Gebiet. Genau, wichtiger Hinweis. Und ganz zum Schluss noch Feedback von Julia Reda, mit der hatten wir ja auch in der Lage ein Interview, prominente Abgeordnete im Europaparlament, die wird ja nicht wieder antreten bei den Europawahlen aus verschiedenen, auch zum Teil recht ernüchternden Gründen. Aber wir hatten ja damals auch gefragt, ist sie denn nun Mitglied in der Piratenpartei oder nicht? Und so, jetzt muss man nochmal klarstellen, sie ist aus der Piratenpartei ausgetreten und wirbt dafür auch, dass die Piraten, zumindest da im Europaparlament, nicht gewählt werden. Ja, das muss man sagen, das ist schon ein ziemlicher Paukenschlag. Sie war ja seit langem Mitglied in der Grünen-Fraktion im Europaparlament, war aber immer noch Mitglied der Piratenpartei geblieben. Das ist jetzt vorbei und der Grund dafür ist in der Tat ein sehr pikanter auf Listenplatz 2 der Liste der Piratenpartei zur Europawahl steht ein Mann namens Gilles Bordelais und sie ist der festen Überzeugung, dieser Mann darf auf gar keinen Fall ins Europäische Parlament kommen. Ja, wir sagen jetzt mal nichts zu den Hintergründen, dazu gibt es ein Video von Julia Reda, das kann sich jeder selber angucken, wir sagen deswegen nichts zu den Hintergründen, weil wir die letztlich nicht einordnen können, ob die Vorwürfe da alle so zutreffen oder nicht, möchten wir auch nicht zu sagen, wir wollten einfach nur das Update bekannt geben, Julia ist nicht mehr Piratin und sie sagt, man soll nicht Piraten werden. Da kann sich jeder selber eine Meinung bilden anhand des Videos und es gibt im Netz natürlich auch eine breite Diskussion. Genau. Zum Abschluss vielleicht noch schönen Dank, dass ihr so euch das Medienradio angehört habt, ich kann euch nur dazu ermuntern, das zu abonnieren und euch auch altere Folgen anzuhören. Da gibt es auch Hintergründe über Lobbyisten beispielsweise oder Offshore-Leaks, schon ältere Sachen, aber sehr interessant. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Restwoche. Eine schöne Restwoche. Schönes Wochenende. Nächste Folge gibt es dann irgendwie Freitag kommender Woche. Freitag, das ist glaube ich der 5. April. Insofern sind es jetzt mal neun Tage, aber ja, trotzdem alles Gute und wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Ach genau, wenn ihr Lust habt, stiftet uns doch ein paar Sternchen bei iTunes. Man kann die Lage auch bewerten bei iTunes, diesem Podcast-Shop quasi von Apple, wobei die Podcasts ja kostenlos sind. Wenn euch die Lage gefällt, klickt euch rein und hinterlasst uns ein paar Sternchen. das hilft uns sehr, um gefunden zu werden in dieser bunten Podcast-Welt. Alles klar, in diesem Sinne, die Lage ist abschließend und ausführlich beurteilt und wir verabschieden uns. Erörtert. Erörtert und beurteilt. Wir verabschieden uns bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.